Hallo, herzlich willkommen zur 145. regulären Ausgabe von Wiederaufführung. Alte Filme neu entdeckt, große Lust an steilen Thesen, garantiert nicht spoilerfrei und auch heute sitzt mir gegenüber... Der Christian, hallo. Hallo, ich bin der Max und heute sind wir mal wieder zu zweit, denn das ist so. Und wir sprechen heute über Rosemary's Baby. Ich kann ja mittlerweile schon so als regelmäßiger Hörer unseres Podcasts das auch schon an der Klangatmosphäre erkennen, ob wir gerade wieder im Kino sitzen oder in irgendeinem Wohnzimmer. Und ganz klar, wir sitzen wieder im Lichtspieltheater, wundervoll. Im ganz besonderen Wohnzimmer. Ja, eigentlich ist es ein bisschen natürlich. Wir genießen ein bisschen dieses Privileg, der einzige deutsche Filmpodcast zu sein, der sein eigenes Kino hat. Wie uns der Mensch, der hinter Privatsprache steckt, der Daniel, der selber einen tollen Filmpodcast macht namens Spätfilm, der hat uns das ja in die iTunes-Bewertung reingeschrieben. Ja, wäre ja schön, wenn das jetzt wirklich unser eigenes Kino wäre. Aber andererseits, also bis auf die Notwendigkeit, dass du diese Filme quasi regulär buchen musst und auch noch ernsthaft Leute kommen müssen und ein Ticket bezahlen. Ja, es ist ja wirklich, also fast schon, ja, wirklich, also es fühlt sich sehr für uns gemacht an. Also Gott sei Dank machst du es so. Ja, ich mache es, weil ich so gerne möchte. Ja, passt. Ich habe da eine gewisse Freiheit seitens der Chefetage tatsächlich. Ja, und du durftest das teilen, immer wieder hin, mit einer Reihe von Gästen. Und das ist ja immer auch so eine schöne Frage. Und wie diese Frage lautet und was dabei rauskommt, können wir ja eigentlich gleich mal durch den Einspieler mal rausfinden. Es gibt ja eine Frage, die stellst du wirklich zielsicher jedes Mal, bevor der Film losgeht an das Publikum hier. Also hört jetzt die Einführung von Max zu Rosemary's Baby. Heute Rosemary's Baby oder wie er im Deutschen heißt, Rosemary's Baby. Ein Film aus dem Jahr 1968, Regie Roman Polanski. Und gleich mal die Frage hier in die Runde. Wer hat denn den Film noch nie gesehen? Einmal Hand hoch, bitte. Ja, die Quote hatten wir gestern auch so ungefähr. Das ist auch eines der Grundanliegen der Libu-Schatzkiste, dem all den tollen neuen Filmen, die wir hier im Programm haben, auch alte Filme zu zeigen, da wo sie hingehören, auf der großen Leinwand, wo sie ihre ganze Pracht und Wirkung entfalten können, wo man ihnen nicht ausweichen kann. Und diese Filme dann eben wieder zu entdecken oder eben tatsächlich sogar auch zu entdecken, also sie erstmalig zu erleben. Und da gibt es eben nichts Besseres als so ein Kinosaal. Ja, der Film, warum hier heute und jetzt? Wir sind noch so in den letzten Zügen der Schatzkiste Staffel 2017, 2018 mit Filmen von vor ungefähr 50 Jahren. Und 1968 war er eben vor ziemlich genau 50 Jahren, deswegen passt das ziemlich gut, dass der Film gerade kommt. Daneben ist es natürlich auch kein Nachteil, dass ich der Meinung bin, dass der Film ein ziemlich guter Film ist, deswegen habe ich den natürlich auch ausgewählt. Und zudem ist das ein Film, der meines Erachtens auch Themen berührt, die auch heute noch völlig relevant sind und vielleicht auch zeitlos relevant sein werden. Es geht um Nachbarschaft, es geht um Vertrauen in Beziehungen, in andere Menschen, es geht um die Frage, kann man ein Kind in diese Welt setzen, in der man lebt? Es geht um das Thema bezahlbarer Wohnraum in Großstädten und alle diese ganz, ganz spannenden Sachen. Das war nicht nur vor 50 Jahren Thema, auch heute ist das noch ein Thema. Ja, wie man hier übrigens sehen kann, die Osteuropäer, die haben immer sich nicht ganz so normal an die vorgegebenen Plakatmotive gehalten, die haben sich immer selber was ausgedacht. Bei dem Motiv ist es tatsächlich so, dass ich keine Ahnung habe, wo genau der Bezug zum Film ist, aber vielleicht sieht ja jemand anders da nachher irgendeine Verbindung. Zu den Personen, die an diesem Film mitgewirkt haben, ein paar Sätze. Der Mann, den man hier oben sehen kann, mit der Zigarre im Mund, der sich gerade freut, dass er die Telefonzelle betreten kann, hat einen kleinen Gastauftritt, das ist William Castle, der hat diesen Film produziert. Sagt irgendjemandem der Name William Castle was? Ja, okay, so ungefähr habe ich mir das gedacht, dass das nicht so viele Leute wissen werden. William Castle ist in den 50er, 60er Jahren vor allem bekannt geworden als Regisseur und Produzent von B-Filmen. Dazu zählen Filme wie Schrei, wenn der Tingler kommt oder Das Haus auf dem Geisterhügel oder auch die Originalverfilmung von 13 Geister. Hat viel zusammengearbeitet, unter anderem mit Winston Price, den vielleicht der ein oder andere schon mal gehört hat, so einer der bekannteren Schauspieler aus dem Grusel- und Horrorgenre. Hat mit Tim Burton nachher auch noch gearbeitet, der war ein sehr, sehr großer Fan von ihm. Ja, und dieser William Castle wollte den Film eigentlich auch nicht nur produzieren, sondern wollte auch Regie führen, aber Paramount, das Studio, das dann mit eingestiegen ist, hat gesagt, nee, Produktion ist okay, aber Regie, da wollen wir jemanden neuen, jemanden frischen haben, den noch nicht so viele Leute auf der Landkarte verortet wissen. Und haben sich dann eben Roman Polanski rausgesucht, der gerade Tanz der Vapiere gemacht hatte und jetzt kurz vor seinem Hollywood-Debüt stand. Er wollte eigentlich einen Skifilm drehen, aber es wurde dann Rosemary's Baby, der ganz und gar kein Skifilm ist. Roman Polanski zu der Zeit verheiratet. Einfach mal reinrufen, wenn es jemand weiß. Weiß jemand, wie die Frau von Roman Polanski damals hieß? Sharon Tate. Sharon Tate, das ist diese Dame, da bin ich mir zumindest zu 98% sicher, die taucht nachher im Film einmal in einer Partyszene auf und erkundigt sich bei Rosemary, wie es ihr denn so geht. Sharon Tate hat leider ein sehr, sehr tragisches Schicksal erlitten. Sie wurde 1969, also ein gutes Jahr, nachdem der Film rausgekommen ist, von Mitgliedern der Manson-Family ermordet in L.A. Und ja, da hat ihr Leben dann ein Ende gefunden. Was sie hier eben noch gesehen hatten, war ein Telefonhörer, den Rosemary in der Hand hält. Dazu noch eine kurze Anekdote, nämlich, dass nicht nur Roman Polanskis Frau am Set aufgetaucht ist, sondern auch noch andere Berühmtheiten. Und dann wurde eben eine Szene gedreht, da wird ein Telefonat geführt. Und da kam auch jemand ganz Besonderes oder sehr Bekanntes am Set vorbei. Und Mia Farrow, die Darstellerin, hat aber nicht gewusst, wer das ist oder ihn nicht gesehen. Und er hat eben diese Zeilen dann gesprochen am Telefon. Und sie hat die ganze Zeit gedacht, Mensch, ich kenne diese Stimme und wer ist das denn? Und sie hat Roman Polanski gefragt, wer ist das denn? Sag mir das nochmal. Und er hat gesagt, nee, nee, wir drehen jetzt die Szene erstmal so, dass du nicht weißt, wer das ist. Du kennst ihn, das ist überhaupt keine Frage. Wir klären das dann nachher, wer das ist. Und dann könnt ihr euch auch umarmen und alles. Aber jetzt spielt das erstmal so, das passt nämlich sehr gut in deine Performance. Wenn du denkst, du kennst diese Stimme, aber du hast irgendwie irgendwas, ist noch nicht so ganz klar. Und es stellt sich dann heraus, niemand geringer als Tony Curtis war der Mann, der mit ihr da gesprochen hat über das Telefon. Der damals hat auch gesagt, das ist bekannt, vor allem natürlich auch, dass manche mögen es heiß oder auch Spartakus und vor allem auch Flucht in Ketten. Ja, das war nicht der einzige Einfall, den Roman Polanski beim Dreh hatte. Er hatte dann auch noch die Idee, wir können nicht nur immer in Innenräumen drehen, wir müssen auch mal raus auf die Straße. Ich komme ja auch aus Europa als polnisch Geborener. Und gerade in Europa, die neuen europäischen Wellen, die da stattfinden, die gehen raus auf die Straße. Die kennen nicht mehr dieses Studiosystem und sowas. Die machen einfach, was sie möchten. Und dann hat er die Idee gehabt, wir gehen mal mit Mia Farrow über die Straße. Ich habe aber keine Lust, eine Drehgenehmigung dafür einzuholen. Ich möchte, dass das echt wirkt, dass da echt der Verkehr ist, der jetzt eigentlich keine Rücksicht nimmt und so. Und dann haben die Leute von der Crew gesagt, ach, naja, Versicherung und so, so doll muss das jetzt auch nicht sein. Deswegen ist die Cindy, die gerade eingeblendet war, von Roman Polanski selbst gedreht worden. Er hatte die Kamera in der Hand und ist da mit Mia Farrow über die Straße gegangen. Es wurde nichts abgesperrt, das ist echter Verkehr in New York gewesen. Und Roman Polanski hatte eine ganz einfache Begründung, warum dieser Dreh klappen würde. Er hat nämlich gesagt, eine Schwangere wird niemand überfahren. Ob er damit recht behalten sollte, werden sie ja dann gleich sehen. Ja, so ist Rosemary's Baby aus meiner Sicht ein Film, der ganz viel von Details lebt, von Sachen, die man vielleicht auch jetzt beim ersten Gucken gar nicht immer so bewusst wahrnimmt, die dann aber vielleicht hinterher, wenn man so anfängt darüber nachzudenken, feststellt, ja, da war irgendwie was und das hat man mal gesehen und da hat doch mal jemand was gesagt und das kam mir schon komisch vor und so. Und ich habe den jetzt so vier, fünf Mal gesehen insgesamt in meinem Leben, den Film und mir ist mit Sicherheit auch noch nicht jedes Detail aufgefallen und manche Sachen sind so offensichtlich vielleicht auch, dass man hinterher denkt, ach ja, natürlich, wie konnte ich das nur übersehen? Und ich finde, dass der Film zum Beispiel auch sehr viel mit Farben arbeitet, neben vielen, vielen anderen Dingen. So sehen wir Rosemary zum Beispiel kurz bevor es zu der Nacht kommt, in der das Kind entstehen soll, in Rot gewandet. Und was das bedeuten könnte, würde ich jetzt natürlich nicht sagen. Sie haben ja alle selbst seinen Kopf und können sich diese Gedanken machen, was das bedeutet, wenn eine Frau ganz in Rot gekleidet da ist und demnächst Liebe gemacht werden soll. Wenn sie dann schwanger ist, die Rosemary, dann ist sie häufig zu sehen mit gelb- oder gelb-weißen Farbtönen. Ich finde, auch da scheint sich der Regisseur möglicherweise was gedacht zu haben. Und dann gibt es auch noch ihren Mann zu sehen. Der war hier gerade in ziemlich weißer Kleidung gesehen. Das ist eine Phase im Film, da geht es ihm sehr gut. Er scheint sehr erfolgreich zu sein. Das Baby ist unterwegs und deswegen ist er jetzt in Weißkleid. Also ist er vielleicht sogar ein Engel oder engelsgleich fühlt er sich. Aber was so alles dahinter steckt und welche Abgründe auch hinter manchen Türen zu lauern scheinen, vielleicht, vielleicht aber auch nicht, das können Sie jetzt gleich herausfinden. Bevor ich jetzt schließe und Sie in den Film entlasse, noch der kurze Hinweis. Am 28. April geht es weiter hier mit der nächsten Schatzkiste. Dann geht es nach Südamerika zum Schrecken vom Amazonas. Denn dann ist Fisch hier in Rostock, also das Festival im Stadthafen. Und da müssen wir natürlich auch einen Wasserfilm nehmen und schauen mal nach der Creature from the Black Lagoon. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen jetzt gleich viel Spaß und ein bisschen gruselige Unterhaltung vielleicht mit Rosemary's Baby. Dankeschön. Ja, keine große Überraschung. Ich gewöhne mich langsam dran. Hier kommen die Leute her, weil sie im überwiegenden Maße den Film noch gar nicht gesehen haben. Du ermöglichst sozusagen die Initiation. Ich könnte mich da ewig drauf abfreuen. Ich weiß nicht, ob das jetzt bei der Einfung so doll rüberkam, aber ich frage eben, also die Frage natürlich zu hören, dass ich frage, wer den Film noch nie gesehen hat. Und es war tatsächlich diesmal der Fall, dass bis auf eine Hand sich alle in den Himmel gesteckt haben. Also dass quasi keiner der anwesenden den Film gesehen hatte bisher. Das war schön. Das ist schon cool, ne? Stell dich bestimmt auch vor interessante Herausforderungen. Was sagst du denn vor einem Film alles schon, wenn du davon ausgehen musst, dass die meisten den Film noch gar nicht kennen? Ja, also du weißt ja, ich glaube, da habe ich noch nie ein Geheimnis draus gemacht. Das habe ich schon ein paar Mal, glaube ich, erwähnt, dass ich auf gar keinen Fall irgendwie den Inhalt wiedergeben möchte in der Einführung, weil ich denke, naja, jetzt sind die Leute schon hier und gucken den Film. Also was soll ich denen das jetzt sagen? Das hat sich mir noch nie erschlossen. Auch so bei anderen Veranstaltungen, wo ich da mal war und einem das dann erzählt wurde. Und ich denke, ja, nee, warum? Ja, aber war interessant, weil ich durchaus gedacht habe, naja, ist jetzt vielleicht nicht der aller, aller russisch bekannteste, aber es hat doch schon irgendwie so seine Stellung so ein bisschen über den stolpert man ja schon, ein Polanski und so immer mal. Aber naja. Auch das sage ich immer öfter in diesem Podcast. Ich finde, das ist einer von diesen vielen Filmen, die so furchtbar bekannt sind, also so sehr bekannt, dass ich auch das Gefühl habe, ich habe schon so viel dazu gehört und auch selber weniger Lust, das nochmal wieder zu entdecken. Und das Schöne ist, dass ich fast immer dann auch als nächstes feststellen muss, das war jetzt aber nochmal ein Unterschied, den hier nochmal zu sehen und tatsächlich sehr, denn ich kann mich gut erinnern, den, als ich das erste Mal vor vielen Jahren auf DVD gesehen habe, eher ernüchtert gewesen zu sein und auch ganz gut den Film so weggeschoben. Ich habe mich viel erinnert, also während ich den Film gucke, merke ich, ich habe all das schon einmal gesehen, aber nur von Szene zu Szene bemerke ich das. Und heute hatte ich so ein schönes Gefühl von, aha, jetzt habe ich überhaupt erst verstanden, wohin der Film mit mir hin möchte. Weil als ich ihn das erste Mal gesehen habe, wusste ich nur, wo ich jetzt hin wollte. Ich dachte einfach, ich kriege jetzt eine Hitchcock-Geschichte und sozusagen, das ist total schön, dass das, ich weiß gar nicht, ich kann das noch nicht generalisieren, dafür kenne ich mich dann doch nicht gut genug aus in Polanskis Filmografie. Ich glaube aber gar nicht, also der benutzt natürlich immer wieder mal sozusagen Hitchcock-Versatzstück, aber ich glaube, der will ganz woanders, also Polanski interessieren ganz andere Sachen, wenn der sich was Gruseliges ausdenkt. Wenn der einen gruseligen Plot hat oder einen unheimlichen, dann heißt das noch lange nicht, dass es jetzt am Ende dann darum gehen würde, sondern eigentlich das, was da noch drin stecken könnte. Sag mal, ja. Also meine, für mich war es jetzt so quasi die, tatsächlich auch erst so die zweite Begegnung, glaube ich, mit dem Film. Also ich habe mir damals auch so ein Dreier-DVD-Set Chinatown, Rosemary und der Mieter halt gekauft. Und ich glaube, das war noch so im jugendlichen Alter, wo man das vielleicht auch so geguckt hat, im Sinne von, ja, die muss man gesehen haben und die muss man natürlich gut finden, so ungefähr. Und habe den, glaube ich, auch so als quasi gut bewertet, ohne, dass ich tatsächlich jetzt in Erinnerung sagen könnte, warum oder ist das mehr so ein, ja, man will irgendwie quasi dazugehören. Denen war das wahrscheinlich eher, ohne, dass ich vielleicht selbst ganz persönlich von dem Film jetzt riesig angetan war. Und hatte ihn jetzt auch vor der Kinoaufführung nochmal gesichtet daheim natürlich, in der Vorbereitung eben nochmal. Und war auch selbst überrascht, weil ich so dachte, na ja, es ist ja ganz viel dann so, sie ist dann so und die ganze Zeit schwanger. Und da, zwei Stunden, 15, das könnte auch ganz schön hart werden. Ja, und dann hat er mich aber ganz schön in sein Bann gezogen gehabt. Der ist ernsthaft? Zwei Stunden, 15 lang? Zwei, ja. Ach, ich genieße das. Also es gibt, also ich, also ich weiß, dass ich das anders gedacht habe beim ersten Sehen. Das ist aber schon lange zurück. Aber da fand ich, das hat mich halt auch nicht, also ich hatte wirklich die ganze Zeit darauf gewandelt, man fängt dann der Film an, von dem ich gedacht habe, dass er es wäre so und diese Sorge hatte ich heute gar nicht. Und ich habe heute mal wieder so schön erste Reihe schräg an der Seite gesessen. Das ist diese ehrfürchtige, etwas so mit Fluchtreflex Seehaltung. Und in der hat der, ist der einfach so durchgerauscht. Ich habe überhaupt kein Gefühl von, da ist jetzt irgendwas zu lang oder da passiert jetzt nicht das, von dem ich denken würde, dass ich das bräuchte, damit es mich packt, sondern ich bin einfach total gefangen in der Erzählung. Ich finde Mia Farrow eine Figur und eine Darstellerin, die das mehr als trägt. Also es gibt genug zu entdecken. Also wer dieser Frau die ganze Zeit in die Augen schaut, da geht eine Menge ab. Also man darf halt nur nicht darauf warten, dass wenn man mal einen Still gesehen hat, wie Mia Farrow mit einem langen Küchenmesser irgendwo rumsteht, dass das irgendwas damit zu tun hätte, dass sie so wahnsinnig wird, dass sie am Ende irgendwen abmeuchelt oder sich selbst oder so. Wer solche Erwartungen hat, und die hatte ich beim ersten Mal, kriegt natürlich eine permanente Enttäuschung. Also ich glaube auch so, dass damals auch so ein bisschen so reingegangen bin, ja Horrorfilm und dann wird schon ordentlich, ein paar Leute werden sterben oder so und Dillde und wird schon irgendwie was passieren. Aber das ist ja quasi nicht der Fall. Das ist ja eher ein Drama und dann kommen halt immer mal so ein paar kleine Einschübe. so dazu und ja, das ist die paar Filme, die ich halt von Polanzi gesehen habe, würde ich ihm das so als seinen Stil zuschreiben, dass er da irgendwie das so mit diesem kleinen Dreh noch mit einbaut. So dieses, hier ist deine gerade, hier ist der Laufsteg und du gehst einfach gerade drüber und dann merkst du aber irgendwie mittendrin so, oh ne, irgendwie ist irgendwas leicht schräg, oder? Ich gehe doch gar nicht wirklich gerade, oder? Also irgendwas passt hier gar nicht, aber eigentlich kenne ich das alles und das ist völlig normal, aber irgendwie auch nicht so. Und ach ja, ist so ein bisschen so Kafka-Style nochmal, reingezogen, irgendwie so. Es ist eigentlich was völlig Absurdes, aber jeder scheint das irgendwie für normal zu nehmen oder so. Und es ist immer so ganz leicht, also eigentlich so quasi ein wirklich, Anführungszeichen, stinknormales Drama, aber irgendwas passt da nicht so hundertprozentig. Irgendwas ist da immer nochmal, was eben so, nicht so extrem wie beispielsweise Zulawski mit Possession, ne, wo das nochmal eine ganz andere Ebene ist, aber wo auch so irgendwie Schnittmengen da sind, aber nochmal auf einer anderen Stufe. Ich finde es wirklich geil, also das ist schön, dass du mal gerade so was die Possession rausholst. Der hat ja in den Momenten, in denen die Realität starke Risse bekommt, also jedenfalls die für uns gewohnte, oder ja, doch die gewohnte Realität Risse bekommt, das passiert hier auch, auch permanent, nur nicht, nicht sozusagen, wird nicht schon durch wilde, wackelige, weitwinklige Kamera, sozusagen sofort signalisiert, sondern es kommt schleichend und es kommt halt, finde ich ganz schön heftig, aber immer noch mit einer gewissen, so einer surrealen, künstlichkeit, die es noch so ein bisschen aus der Distanz lässt, wenn wir in den Traumwelten von Mia Ferro landen. Das sind ja schon, also ich muss sagen, als ich heute auf der Leinwand die Vergewaltigung durch Satan, wenn ich das mal bitte auf den Punkt bringen darf, gesehen habe, dachte ich, Alter, dreht der hier auf? Ich fand den Film da richtig obszön, ja, also auch diese, die ganzen nackten Leute, allen Alters, die da so vor ihr stehen, also es ist ja eigentlich nicht nur, also für mich steht ja, die Vergewaltigung durch dieses haarig, schuppige Satanswesen ist ja eigentlich nur sozusagen das Symbol für die ekelhafteste Gruppenvergewaltigung, die New York seit langer Zeit gesehen hat und das hatte eine Intensität, die hatte ich dann schon vergessen so und das hat mich ganz schön erwischt, weil das ist so eine zarte, schöne und doch unnahbare Frau, also, Ja, war eigentlich schon diese Schiffspart ja auch noch, was ist da los? Künstlichen so, also, man denkt auch, erinnert sie sich an die Erinnerungen eines anderen Menschen oder sie selbst oder was sind das für Fantasien und, genau, die driften ja dann auch eigentlich so Kafka-esk auch ab so mit, dann geh mal runter und dann sozusagen ergibt der Raum, also es entstehen immer neue Räume, so, die irgendwo zwischen auf so einem Schiff zu Hause oder ganz woanders irgendwo Vorhof zur Hölle, alles ist denkbar, ähm, also, genau, es ist, es ist, es ist sehr wohl dosiert, traut sich dann aber wirklich, finde ich, sehr heftige Spitzen, also einfach, also, ich meine, also, das ist so, das ist schon auch ein gewagter Moment, da so ein haariges, undefiniertes Satanswesen auf, auf Mia Ferro raufklettern zu sehen, aber, naja, aber auch das ist ja in der Hinsicht wieder getrickst, weil du das Wesen komplett siehst du ja auch nicht, du siehst halt die Arme mal, dann der Blick natürlich einmal ganz klar, diese Augen und so, aber, ja, eben mehr so Details und Teile, nur nicht, nicht den kompletten Körper am Rad oder so. Ja, dieser, dieser, dieser rote Satanskopf mit diesen gelben Augen, das ist aber schon John Cassavetes, also, der, hab ich auch gelacht, ja, und ist natürlich dann auch interessant, dass es genau diese Körperteile sind, also die Augen, die Arme, die Beine, die dann auch ganz am Schluss ja wieder angesprochen werden, also, auch da schließt sich dann ja dieser Kreis ganz explizit an der Stelle. Ich hab übrigens manchmal heute so gedacht, ähm, äh, an Stephen King und wie der in seinen Romanen, also ich denk, der ist, glaub ich, vor allem immer wieder die wenigen, die ich überhaupt kenne und zum Beispiel wie, ähm, äh, äh, na, sag schnell, Needful Things, ähm, in einer kleinen Stadt, genau, danke, ähm, dort sozusagen die, wie das auch, also da ja, also etwas, ein übersinnliches Element, da ja auch sozusagen eine, eine Teufelsfigur sozusagen in, in eine, äh, für uns nachvollziehbare Realität eindringt und, äh, sozusagen, also dieser, dieser ganze Teil mit, äh, wir haben da so eine, so eine junge Beziehung, bei der wir uns nicht sicher sind, ob dieser Schauspieler, der, ja, also natürlich viel mit sich selbst beschäftigt ist, also natürlich sage ich nur, weil das so permanent überdeutlich thematisiert wird von den Figuren selbst, ähm, aber wir haben auch so das Gefühl, also was die sich da gerade ausdenken mit, wir beziehen da jetzt eine große geile Wohnung und machen drei Kinder und alles ist schön so, das, das sieht von Anfang an nicht so aus, als würde das funktionieren unabhängig von irgendwelchen Satans Geschichten, oder vielleicht bist du sogar hoffnungsvoller, Also ich habe auch so ein paar, es ist schon eine verdammt große Wohnung, so gefühlt zwei Tennisfelder oder sowas und, äh, es gibt ja auch am Anfang diesen Spruch von dem Vermieter, ja, sie merken ja, was sie, was, äh, sie hier versucht, sie möchte die Miete drücken, ja, wie würden sie erhöhen, wenn wir den könnten, ne, also, ähm, hab auch so mal, ja, verdient der echt so viel? Ich glaube, ich glaube, der verdient noch nicht mal so viel, es ist wirklich für den ganz schön teuer, also das meine ich mit, es gibt so lauter Anzeichen dafür, so oder so, also auch ohne übersinnliche Kräfte, ist das ganze Ding eher nicht so, wird wohl nicht so glücklich weitergehen, diese Beziehung, auch wenn sie sich ganz doll Mühe geben, dass es bitte so sein soll, ähm, wenn ich jetzt gerade nochmal, der Sieben-King-Bogen ist einfach nur der, also ich bin in so einer, in so einer Geschichte, äh, da, da haben die Figuren auch Bedürfnisse und zum Beispiel ein Schauspieler, der leider, äh, selbst sich nicht mehr erinnern kann, was er nochmal im Theater gespielt hat, äh, und vor allem davon lebt, dass er irgendwelche bekloppte Werbung macht für Motorräder, der, äh, kriegt natürlich sozusagen, ist verführbar, äh, man könnte ja sagen, er schreibt sozusagen, gibt sozusagen, äh, seinen, seinen eigenen künftigen Sohn sozusagen, äh, für die Möglichkeit, äh, einen Schauspieljob zu kriegen, was nur geht, weil dann der andere Schauspielkollege, der vor ihm das schon bekommen hat, erblinden muss, also es gibt sozusagen solche Verwicklungen, ne, also was wäre, wenn wir die alltäglichen Sorgen und Probleme, die wir hätten und dass wir manchmal jemanden scheiße finden oder manchmal besser sein wollen als jemand anders, also einen eigenen Vorteil haben möchten, was, was wäre, wenn eine übersinnliche Macht uns das ermöglichen würde und natürlich der klassische Preis ist ein Teil deiner Seele oder gleich komplett, ne, oder, also das meine ich so mit, dass ich so ein Stephen King Gefühl habe, dass wir, ähm, äh, äh, also sehr, also eigentlich die, also die menschliche Ebene die ganze Zeit eigentlich, finde ich, gut nachvollziehen können, ohne dass wir jetzt auf diese Satansnummer dabei so abgehen müssten, so, die natürlich irgendwann, kann man der nicht mehr aus dem Weg gehen. Ja, über den Stephen King, also das ist ja eigentlich schon, ne, Faust ist das ja eigentlich auch, ja, natürlich, mit dem Teufel und so, ja, und, ähm, ja, was ich eben so habe, ist, was ich so in den Filmen ziehe, ist ständig so dieses, ja, es könnte auch einfach der natürliche Lauf der Dinge sein, aber andererseits, nein, nein, es ist bestimmt so, dieses übernatürliche und das sind, ist ja alles der Teufel und die sind alle irgendwie gegen sie verschworen, oder, das ist doch so und, ähm, also, was ja eigentlich auch völliger Blödsinn ist so, wie soll das gehen, das ist ja nicht, das existiert doch nicht wirklich, das ist ja überhaupt nicht rational erklärbar, sogar nicht da, und ich finde, äh, was mich auch bei, bei mir da sehen überrascht hat, war, wie, die Exposition ist echt gut gelungen, weil die, so wie die, wie, äh, Casavetes und Mia Farrow da zusammenspielen an sich schon und dann vor allem dieses Essen mit ihrem ehemaligen Vermieter, mit, oder mit dem, bis dahin Vermieter, mit dem Hatsch, das funktioniert so unglaublich gut, so dieses, ja, und die Schwestern, die haben halt Kinder gegessen und der war halt ein Hexer und wurde vor, in der Lobby umgebracht, oh, Mensch, jetzt habe ich aber richtig Appetit und so, also wirklich dieses so damit auflockern und es wirkt so natürlich einfach, ne, als würden die sich eben kennen, tatsächlich diese Leute und man macht Witze untereinander und, äh, ganz nebenbei, völlig unbemerkt, wird dem Zuschauer schon alles dargelegt und, äh, hier, das ist der Fahrplan, so sieht's aus. Ich habe mich auf das Gefühl, Polanski dockt einfach an etwas auch an, dass nicht wenig erwachsene Zuschauer selbst von sich gut kennen, diesen Moment, äh, als Paar, äh, zusammenzukommen und auf die Idee zu kommen, man zieht jetzt zusammen und dort wird jetzt in irgendeiner Form ein, ein gemeinsames Leben stattfinden, ob das jetzt noch mit wachsender Familie, äh, passiert oder was auch immer, das ist ja noch gar nicht so das Entscheidende, aber einfach so dieses, so man, man, man sucht was, wo man mal so ein bisschen sich, äh, bisschen länger bleiben möchte, so, ne, und, äh, mit, mit, mit allen Sachen, die da dann so zusammenkommen, also alles, was dann bis dahin noch nicht so geklärt ist, soll sich natürlich jetzt an diesem neuen Ort, soll jetzt alles gut werden, so, ne, und, also ich habe das Gefühl, da kann, da können viele Zuschauer andocken, ich kann das sehr gut, ähm, also inklusive dem Gefühl von, ja, das sieht dann am Anfang so aus und wenn man dem Vermieter schon oder dem, der die Führung macht, nur ein bisschen genauer zuhört, merkt man schon, also das, also nicht, also was da auch auch in der Wohnung alles am Argen ist, das ist wirklich großartig, also es ist, ich liebe das sehr, sehr, sehr mit welcher, äh, äh, wirklich ökonomischen Sorgfalt, äh, dass immer, äh, mit wirklich keinem Bild zu viel, äh, sowas gezeigt wird, wie dieser, äh, Schrank, der, äh, an die Kommode rangerückt ist und da geht's einmal nur das Schwenk runter und wir sehen einfach, dass das Ding da recht gewaltsam drangeschoben ist, also von der Wand weg, also, und ich habe sofort Bilder in meinem Kopf von, was dieser alte, Frau, die da vorher gelebt hat, noch für einen krassen Kampf irgendwie hinter sich hat, um das zuzurammen irgendwie, äh, also ich, nur, und das taucht kurz auf und in dem Moment denke ich noch, das taucht jetzt nochmal wieder auf, es wird diesen Moment geben, Mia Farrow wird vom Teufel verfolgt und sie muss das, also, es ist lustig, dass ich irgendwie, das liegt, glaube ich, ein bisschen an der Zeit, obwohl das auch gar nicht so, so ganz dicht beieinander liegt, aber ich habe manchmal so ein Exorzist-Déjà-vu, also, aber das taucht, also es gibt diesen, das, was in Exorzist immer wieder passiert, taucht hier ja gar nicht auf, aber manchmal, ich glaube, manchmal denke ich, wenn Mia Farrow so ein bisschen blasser aussieht, sieht sie, Dezent. Ja, und an ein Verständnis ist ja alles andere als Dezent. Da komme ich, glaube ich, öfter mal, also, auf so ein Exorzist-Ding, nur, genau, es gibt diese Szenen gar nicht, ich finde es also übrigens toll, also, dass wir eine Exposition haben, die auch schon sehr unheilschwanger ist, wir aber einfach noch nicht ahnen können, worauf sich das denn bezieht und dass das sozusagen die Kommode, dann die Tür in die andere Wohnung ist und sozusagen auch auf die teuflische Seite, das ist total schön, das habe ich dann auch erst wieder erinnert, als es soweit war. Ja, wenn er schon bei der Fahrschulfahrt noch so erzählt hat, ja, es war eben 20 Zimmer und jetzt ist dieser, da ist noch eine Wand und das ist das geworden und warum ist denn hier ein Fussel auf dem Rücken des Pagen, des Liftboys und warum sind hier eigentlich im Flur so ein paar Mosaiksteinchen so lose, warum ist der, trügt hier etwa der Schein, ist das gar nicht alles so toll, wie es von außen zunächst scheint auf den ersten Blick und wie sich immer so kleine Risse und Sachen so, einschieben, aber man das alles so erst mal hinnimmt, weil naja, ist halt so, ein Haus hat halt, ist halt Abnutzungserscheinungen, es ist nicht mehr alles so schön wie am allerersten Tag und sowas, das ist ja völlig normal, aber nein, das ist alles schon so die Brotkrumen und diese Wege werden wir nochmal beschreiten und also sofort, weil ich auch einfach denke, es ist nicht dieses Horror im Sinne von Huibu Schreckmomente und diese Jumpscares eben, sondern es ist so dieses, es schleicht sich so langsam ein und das ist auch so einfach so nebenbei jetzt hier, wir sind eigentlich an dem Schrank schon vorbeigegangen und warum steht der eigentlich hier und ja, was soll sein? Ach, und dann, so ein schwerer Schrank, wie konnte denn überhaupt jemand verschieben und was ist jetzt wohl hinter dieser Tür? Ach so, da ist der Besen und ist aber komisch, naja, was soll's, aber es ist eine schöne Wohnung und und ja. Und wie das immer wieder auftaucht, diese Kommode, wie sie umgestaltet wird, wie sie später freigeräumt wird, also das ist schön, also wie sozusagen, also ja, da wird schon eine, eine Fährte gelegt, aber eben keine, also es gibt keine offensichtlichen, also sozusagen, wenn es so schön heißt in der Dramaturgie-Sprache, zeige früh die Waffe, damit sozusagen, wenn sie dann später gebraucht wird im Film, sie dann wieder genutzt werden kann, also du musst das sozusagen schon einmal verpflanzen im Zuschauergehirn, finde ich das total schön, dass hier eher, ja, wie soll ich sagen, es werden schon mal Stimmungen und, 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 und Orte angerissen, was mit denen mal sein wird, in welchem Kontext wir die wiedersehen werden, können wir zu dem Zeitpunkt nicht ahnen, das ist schön. Ja. Und übrigens, weil mir das nochmal klar wird, so auch so von wegen, Ökonomie, also ich will damit irgendwie, glaube ich, sagen, dass mich das sehr beeindruckt hat, also wir sehen also einen zwei Stunden, 15 Minuten langen Film, ich fand den heute nicht eine Sekunde langweilig, bin total drinne und der Film leistet sich wirklich tolle Verdichtungen, also wir, wir sind das zum ersten Mal in dieser anderen Wohnung mit diesen tollen alten Leuten, mit denen wir unbedingt gleich noch sprechen müssen, weil das faszinierende Schauspieler sind, die wir vielleicht auch in ganz anderen Rollen schon kennen, jedenfalls sind wir also in dieser anderen Wohnung, da passieren so viele aufregende Sachen, dass ich ganz doll staune, wenn da nach dieser Szene John Cassavetes und Mia Farrow darüber sprechen, was ihnen so alles aufgefallen ist und zum Beispiel erzählt Mia Farrow, hast du gemerkt, dass überall die Bilder abgehängt waren, man hat dort nur die Haken gesehen oder da hing dann einmal was, das passte da irgendwie gar nicht hin und da fand ich so geil, das ist mir null aufgefallen, also ich bin mir sicher, dass man das sehen kann, wenn man darauf achtet, nur ich habe in dem Moment nicht darauf geachtet und finde das ganz toll, dass der Film sich da jetzt nicht müht, dass er es zum Beispiel vorher überdeutig gezeigt hätte und jetzt arbeitet aber mein Gehirn, also das passiert also auch in diesen zwei Stunden 15, dass also die eine Szene läuft, ich aber noch über eine zuvor gelaufene Szene nachdenke, finde ich ganz toll. Auch das wird ja hinten raus dann nochmal. Und das wird wieder aufgegriffen und wie neugierig ich dann auf diese Bilder glotze, die aber nicht einen billigen Schnitt ran oder sowas kriegen, sondern wir sind, das ist zum Beispiel auch eine Szene, da sind wir ganz dicht hinter Mia Farrow, also sozusagen eine subjektive aus der dritten Person, ja, also ich finde das wirklich eine ganz besonders tolle Kameraarbeit, die das also auch mitträgt, dieses unterschwellige, sich zusammenbrauende und dann langsam dieses immer wieder Entdecken und so eine Mischung aus Paranoia und Gewissheit, ja, wie sich das immer so hin und her schwingt. Also auch die Kamera traut sich denn manchmal deutlicher zu sein, dann ist es wieder irgendwie auch eher nur im Schatten. Also wirklich ein tolles, man kann sich ja wirklich nicht so sicher sein und Mia Farrow macht auch keinen Eindruck einer besonders zurechnungsfähigen Frau, ja. Ja. Und dann ahnt man, ich weiß nicht, wie doll das bei dir noch nachschwingt, aber wenn so am Anfang so überdeutlich einem ins Gesicht springt, was die alte Frau offenbar noch auf so einem Blatt Papier geschrieben hat, ich habe keine Verbindung mehr zu mir selbst oder? I cannot associate with myself anymore. ich komme hier in eine persönliche Krise, persönlichen Konflikt und man kann ja nur ahnen, was dieser Frau dort widerfahren ist, mit diesen Nachbarn. Ja, diese Nachbarn, die Kestewetts, die Kestewetts. Roman und Minnie. Also bei Minnie ist ja der Hammer, du kennst selber wahrscheinlich Harold und Mord? Noch nicht gesehen. Ach, das ist interessant. Also ich kenne Who's Gordon, glaube ich, hoffe ich, dass ich das jetzt richtig erinnere. Diese Schauspielerin kenne ich also aus Harold und Mord, wo diese Frau so sogar süß ist. Es ist wirklich, also es ist ja ein Film, wo sich ein sehr, sehr junger Mann in eine sehr, sehr alte Frau verliebt, aber alle verlieben sich in Harold und Mord in diese alte Frau, weil die einfach so unglaublich lebensbejahend, großartig und dann auch noch so herrlich komplex ist. Das brauchen wir jetzt nicht vertiefen. Wenn wir den, wenn du den noch gar nicht kennst, müssten wir den auch dort mal gucken. Jedenfalls ist es aber trotzdem auffällig, dass das eine Frau für humorvolle Rollen ist. Würde mich gar nicht wundern, wenn die vielleicht eine von den großen Komödiantinnen ist. Ich kenne mich da gar nicht aus in ihrer Filmografie. die merkt nur, dass sie so herrlich gegen den Strich besetzt ist. Also das ist also an sich eine sehr herzliche, humorvolle Frau, die aber von Anfang an auf eine Art und Weise auf Dinge reagiert, dass man das Gefühl hat, hier ist sowas von irgendwie gar nicht in Ordnung. Die ist doch, so wie Mia Ferro sagt, sie ist, was sagt sie, Snoopy oder also sie will ständig Sachen herausfinden und also da läuft auf jeden Fall die ganze Zeit ein, da läuft, da ist was mit doppelten Boden. Irgendwas ist da noch im Hintergrund. Die macht nichts einfach nur so. Ja, für mich, also ich musste an Tod in Venedig denken, an eben die, wenn er dann, also an das Buch zumindest, oder die Novelle, wo der Hauptcharakter dann eben so quasi sein, was er zu dem Zeitpunkt noch nicht so richtig wahrnimmt, sein karikaturmäßig übersteigertes Spiegelbild sieht, was eben so völlig viel zu doll geschminkt und viel zu bunt und zu grell für das Alter, was tatsächlich zu sein scheint und so wirkt sie hier eben auch so dieses ja Papagei-Kanarien-Vogel-mäßig in sonst eher na nicht nur geerdeten Tönen oder erdigen Tönen, aber doch eher so, sie wirkt schon sehr grell, ne, also die Farben, die sie trägt und natürlich auch in ihrem Auftreten zeigt sich das dann eben auch wieder und so dieses ja, dieses Eindringen in die Privatsphäre, was da so, also die Ultraszene ist da für mich dann wirklich, wenn Mia Farrow gerade sich die Schallplatte auflegt, das Buch auf die Couch sich auf die Couch legt, es klingelt, hey, das ist meine Freundin Laura Louise, kann man reinkommen, zack und dann eine Sekunde später sitzt sie mit dem Häkelzeug in der Hand schon da auf dem Sofa und sie sitzt mit ihrem fetten Arsch auf dem Buch, habe ich jetzt auch zumindest auf der Kinolander zum ersten Mal gesehen, es ist großartig, also wie wirklich da, ne, ohne irgendwelche, also auch das erklärt sich natürlich hinten raus alles nochmal ganz klar warum und so, aber es ist wirklich das, was ich meine, einerseits so, ja man ist dann irgendwie nett zum Nachbarn und ja natürlich kannst du reinkommen und ja zack, voll die Latte auf Anschlag gestellt und da nochmal rüber gehüpft und wirklich eben ohne irgendwelche Rücksicht zu nehmen sondern. Und ich will die Lobhudelei des sparsamen, aber höchst effektiven Erzählens noch einmal anstimmen, wenn du gerade so selbstverständlich sagst, das erklärt sich dann ja nachher, also alles erklärt sich sozusagen in den Momenten, die da folgen, es gibt keinerlei ich bin übrigens die und die und bin da und dafür da oder jemand anders erzählt das über diese Figur-Momente, das gibt es nicht, es gibt keine, auch keine nachträglichen sozusagen Erklärbären, also ein kleines bisschen sozusagen in dem, was, was Hatsch da sozusagen noch was herausfindet und sagen, vom Sterbebett noch Informationen über dieses Buch sendet so, aber nichts im Sinne von also jemand erklärt mir das nochmal oder die Figuren müssten sich selber erklären, in dem was sie tun ist alles klar und das ist aber wirklich sehr gut, jetzt muss ich diesen Sprung kurz machen, weil gerade diese Figur, die sich da mit ihrem fetten Arsch auf das Buch setzt, ist ja ziemlich auf zwei wirklich unfassbar komische Szenen, über die ich mich wirklich heute köstlich amüsiert habe, also in beides Mal im Moment, in dem man eigentlich gar nicht nach Lachen zumute ist, nämlich wenn Mia Farrow lange, lange, also wirklich im letzten Akt des Films völlig fertig im Bett ist nach der Geburt, und daneben ist diese Frau und näht oder häkelt da irgendwas, sie liest gerade Zeitungen mit der Lupe, genau und wenn Mia Farrow dann aufwacht und sie das plötzlich bemerkt, fährt sie total aus der Haut, das ist sehr komisch und dann zum Schluss, wenn sie die Wiege ja die Wiege immer so hin und her schiebt und viel zu schnell ist, Mia Farrow lasst, ich mach das mal so und wenn sie ihr da die Zunge nochmal raussteckt, also was da noch so drin steckt an was auch immer die Position dieser Frau ist so, die, also jeder will da irgendwie was für sich rausholen und das Letzte, womit die jetzt gerechnet hat, ist, dass die leibliche Mutter da nochmal, also sie ist schon längst zur Pflege Mama geworden von diesem Satansbraten. Ja, aber gerade, dass sie mit dem Zunge rausstecken, was ich auch wirklich sehr, sehr lustig finde, das ist auch was, was ich für mich eben so durchziehe, gerade Polanski, der so irgendwie diesen Humor reinminkt, aber ich glaube einfach, das ist einfach auch so eine Menschlichkeit, es geht hier jetzt um die neue Weltordnung und jetzt wird sich alles ändern, aber ich strecke dir erstmal die Zunge raus und das ist wieder so, wir sind auf der menschlichen Ebene und das ist völlig normal bis zu einem gewissen Punkt, das ist natürlich überzeichnet in einem gewissen Punkt, aber gut, die Situation, in der wir uns gerade befinden, ist jetzt auch nicht die allernormalste, deswegen ist das auch wieder so, ja das passt einfach, so wie sie da eben reinkommt, häkelt, sich auf das Buch setzt und auch diese völlig absurd dicken Brillengläser da also das war mal einer der wenigen, finde ich, interessanten Sätze in dem Mini-Making-of, was im Bonusmaterial der DVD ist, die es hier zu Lande gibt, wo Robert Polanski sagt, ja viele finden so offensichtliches Casting, jemanden nach seinem Typ besetzen total langweilig, ihm gefällt das total und das hat er eben auch ein paar Mal versucht hier in dem Film und ja, das war auch der lustige Moment, als Carly zu mir meinte, wir haben ihn zusammen geguckt zu Hause, sag mal der Dr. Hill, ist das der Vater von einem Hund namens Beethoven, da saß ich auch erstmal da, oh, da ist jetzt die Kindheitserinnerung auch schon sehr verschwommen, aber da hatte sie sehr deutlich recht, der hat also, ich glaube, das ist so ziemlich eine seiner ersten Filmrollen, Dr. C.C. Hill spielt er, Charles Grodin oder so, ich bin mir nicht sicher, auf jeden Fall, der ist tatsächlich das Familienoberhaupt bei einem Hund namens Beethoven und wohl auch noch in der Fortsetzung. Ich meine, interessant mit diesem nach Typ so, weil ich, also vielleicht, also ich finde jetzt bei Who's Gone und auch ihrem Mann, diese Figur Woman, ähm, wer heißt du, Mimi, nee, wie heißt es? Mini. Mini, also Mini und Woman, so diese, diese teuflischen Nachbarn, die haben, finde ich, beide was, also klar, also sie ist sehr schrill, eher was sehr Väter, Großväterliches, so, also ich finde, das sind jetzt erstmal so Attribute, die noch nicht feindlich oder bedrohlich sind, aber sie können das genauso gut und vielleicht wirkt es noch umso intensiver, wenn, das ist ja ein Moment, wenn, wenn, wenn Hatsch zu, äh, Wurst-Marie nochmal kommt und, äh, anfängt skeptisch zu werden und, ähm, Woman kommt dazu und ist nur so im Hintergrund so zu sehen, wie der das gerade wahrnimmt, dass Hatsch Fragen stellt, die bitte nicht gestellt werden, sonst funktioniert das hier nicht, was wir hier uns vorgenommen haben, das ist toll, also weil er, er bleibt auf dieser großväterlichen Ebene, aber man merkt, oh, oh, also ich, also ich, das Lustige ist, es hat so viel Bedrohlichkeit, dass ich fest davon ausgegangen bin, ich sehe jetzt als nächste Szene, wie dem was ganz Schreckliches passiert und, äh, das zieht sich ja auch durch diesen Film, dass es das so nicht gibt, also, äh, so zum einen könnte man sagen, ein erstaunlich wenig voyeuristischer Film, was, was diesen Gewaltaspekt angeht. Ich überlege gerade, wir sehen nur Frauen mit Blut, ne? Also die, die, äh, Patentochter, also das Waisenkind oder was auch immer sie da nur quasi ist, die sehen wir einmal blutüberströmter liegen, ja, Pharaoh wird einmal schön bunt angemalt, äh, aber sonst Blut, hat sich nochmal, stößt sich nochmal irgendwo einer? Nö, ne? Das, die, und so genommen ist, der Rest passiert völlig im Off, dann eben, noterweise. Äh, also ich meine, also es ist ja weiterhin auch, also dieser Film, also ich, ich glaube, wir können nur sagen, also ich glaube, es könnte sein, dass das also auch darum geht, ähm, oder was heißt geht, ich weiß nicht, worum geht, aber, also es bleibt permanent offen, äh, wie, also wie man jetzt etwas interpretiert, also es ist, also, nein, es bleibt nicht völlig offen, aber es ist immer noch möglich, das Ganze auch als eine Wahrnehmungsstörung zu, definieren, ja, und dadurch, also hält sich der Film, ja, also, Ja, der Punkt ist, dadurch, dass wir ja eigentlich den Film mit Rosemary erleben, ne? Alle Szenen ist sie dabei, es dreht sich um sie, deswegen ist man irgendwie schon an, und dann vielleicht auch schnell auf ihrer Seite, und doch an ihr dran, äh, aber, und, aber gleichzeitig eben auch sie ist, naja, es ist schon irgendwie sowas übernatürliches, und sie hat ja nun mal gerade irgendwie komisch geschlafen, und das Essen war anscheinend nicht so richtig, und, naja, dann hat sie halt irgendwie jetzt ziemliche Albträume gehabt, aber, und, äh, Guy hat sich tatsächlich wohl ein bisschen an ihr vergangen, ne, hat sie nicht ein bisschen an ihr vergangen, er hat sie halt, äh, schon vergewaltigt und so, äh, aber es ist jetzt trotzdem nicht diese große Verschwörung, an die sie hier glaubt, sondern es wird doch immer gesagt hier, und, ja, es hat die sich jetzt, die hat sich jetzt da aus dem Fenster gestürzt, die hat sogar nur Abschiedsbrief hinterlassen, und im Abschiedsbrief steht ja nur überdeutlich, aber dass das so überdeutlich darin steht, das ist doch schon wieder ein Beweis dafür, dass es was, sein muss, ne, so ein Thema Verschwörungstheorie, oder doch, und, da muss es so herzerstüttern, wenn, äh, Rosemary das erste Mal am Telefon das mal so zusammenfasst, und sie dann irgendwann sagt, so, das klingt natürlich jetzt ganz schön übertrieben so, ja, scheiße, das klingt's wirklich, und dann muss die Arbeit es ja noch ein zweites Mal dem Doktor auch nochmal erzählen, das klingt dann immer noch nicht glaubwürdiger, nur, dass wir schon längst ahnen, oh, oh, irgendwie läuft das nicht gut, und ich weiß nicht, vielleicht habe ich mich da noch sehr ans erste Schauen erinnert, aber ich sehe die ganze Zeit auch in dem Gesicht von dem, von dem C.C. Hill, der ist sowas von nicht hilfreich gleich, also, der denkt, der ist super hilfreich, aber, aber selbst da habe ich immer noch so diesen, naja, er, er ist schon so, naja, so wirklich ganz ernst nehme ich das jetzt auch nicht, aber sie braucht schon Hilfe, also, ich habe jetzt nicht die Meinung, dass er so einer ist, er möchte helfen, äh, die liefere ich jetzt sofort aus, oder sowas, ich habe schon gedacht, der gehört nicht zu einem Club, das finde ich auch, der denkt, er muss jetzt Mann und verantwortlichen Arzt informieren, na, aber ich hätte schon gedacht, dass er, also, die andere Variante wäre, dass er tatsächlich da zu dem Mount Sinai Krankenhaus sagt, so, wir liefern die jetzt mal hier ein, guckt euch die mal in Ruhe an, und diese Variante hätte in meiner Wahrnehmung auch bestanden, aber er entscheidet sich dafür, die zu informieren, obwohl sie ganz klar sagt, die bitte nicht, ich möchte quasi von dem Weg, also, man weiß ja auch nicht, was da, äh, äh, Mini einfach mal kurz anrührt, ja, und in die Luft gibt, und was dann passiert, also, es ist übrigens auch schön, dass das, also, äh, könnte man sagen, äh, wir, bis auf die Traumsequenzen, gibt es, es gibt in den, also, in den, also, in allen Realitäts, äh, Geschichten gibt es auch, also, eine Menge Andeutung, aber es gibt keinen konkret übernatürlichen Vorgang vor unseren Augen, weißt du, was ich meine? Also, äh, nur das, wie wir es verstehen, und ja, es gibt diese Szene, wo alle, äh, Hail Satan, das ist so unheimlich, das ist übrigens auch ein Moment, wo ich so, äh, schon ein bisschen dran denken muss, dass, äh, 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 ja, ich, ich will das gar nicht so sehr mit der Biografie von Polanski in Verbindung bringen, naja, ist schon interessant, wenn da sozusagen, äh, sich so, so, so Leute, so Leute verschwören, und da ihren Heilsbringer erwarten, und, äh, äh, sich das schon auch alles so zurecht konstruieren, also, äh, das hat, das, das fühlt sich in dem Moment dann auch an wie, also, das ist auch noch ein Schritt, äh, über einem, äh, Horrorfilm, deutbar ist, so, ne, also, das ist auch, also, die, die Idee, ähm, äh, sich sozusagen, so einen Erlöser, schon mit so einem gewaltsamen Vorgang zu produzieren, äh, das ist schon, das, also, ist ja auch eine Form von einer, einer, einer Massenhysterie, also sozusagen, wie so eine Sekte so für sich funktioniert, dass man, also sich sozusagen so einen, so einen, so einen inneren Zirkel baut, äh, wo, 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 wo Leute in Abhängigkeit, äh, und sozusagen mit Blick auf eine Führungsfigur, so, ne, das ist, ja, also für mich ist das eben so eine Sache, wo ich denke, das ist, da ist der Film auch heute noch aktuell, also, ja, ob die nur Heil Satan rufen, oder Heil irgendwas anderes, äh, wo ich, wo man natürlich sagt, ne, ja, Satan, ihr seid doch alle Spinner, ne, das ist doch völlig irrational, und da denke ich mir aber, ja, nee, was ist eigentlich bei uns gerade so in der Welt los, und was sagen manche Leute aus tiefster Überzeugung, wo ich denke, sag mal, merkt ihr es noch, äh, und dann verstehe, ja, hm, was ich dann meine, ne, eigentlich, es ist dieser gerade Laufsteg, aber irgendwas, irgendwie ist gerade irgendwas ein bisschen schräg, und, aber es ist irgendwie doch, ja, hm, irgendwas passt dann doch auch wieder. Und, dass das jetzt sozusagen, so ganz bewusst, der Vorgang einer, eine, also eine junge Familie, also, ja, also ein Mann und Frau, ein junges Paar zu haben, bei dem dann die Frau sozusagen zu Gebärenden des nächsten Führers wird, das ist doch interessant, dass man, also diese ganze Manipulationsmühe sich macht, man könnte ja auch einfach irgendwas anderes anbeten oder verehren so, aber man erzeugt ja damit auch so, so, so eine Abhängigkeiten, also, äh, dieser Moment, wenn wir schon davon ausgehen dürfen, naja, Miaferro bleibt die Mutter von, was auch immer dort in dieser schwarzen Wiege liegt, ja. Das ist so niedlich, dieses umgedrehte Kreuz, also, wie so, statt der kleinen Spielzeugpuppe oder was auch immer, da hängt da ein umgedrehtes Kreuz. Und wie so lustig, ne, während diese Szene läuft, denke ich, ah ja, stimmt, jetzt gibt's ja diesen Schnitt auf sein Gesicht, oder jetzt gibt's diesen Schnitt auf die Hände und so, nein, das gibt's alles gar nicht, das passiert nur in meinem Kopf, das, das sind doch nicht die Augen von meinem Mann, nein, das ist auch, das war das, satan, also das ist so ein, ähm, äh, wie soll ich sagen, äh, also, ich, also ich finde, dass wir ja eigentlich, äh, live dabei sind, äh, wie, wie man sozusagen besonders effektiv manipuliert, also, dass du dir Menschen gefügig machst, also, Leute, die sich profilieren wollen, die anerkannt werden wollen, dass die besonders freigiebig sind, sozusagen, über alle moralischen, ethischen Grenzen hinweg, äh, 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 zu agieren, äh, sich anzubieten, und dass eine Mutter, die man sozusagen, äh, so lange manipuliert, dass sie, äh, äh, extremste Situationen erträgt, dass wenn dann dieses Kind da ist, natürlich, also da auch eine ganz starke Verbindung da ist, und dass sie, und diese Verbindung nutzt dann ja quasi die gesamte versammelte Sekte so, also, wie, man sieht ja richtig, wie, wenn der, wenn der Woman dann so, äh, äh, das sozusagen auch so, so fördert, so, ach, guck mal, guck mal, die, die Mutter in ihr zuckt, lasst uns das benutzen, das hat so viel Kraft, das macht alles noch viel effektiver, wenn die Mutter selber den Satansbraten an ihre Brust legt, also, was da so mitschwingt, ohne dass es in, äh, lächerlichen oder platten Bildern ausgemalt wird, das ist wirklich beeindruckend, also, es fällt, mir fallen gerade immer mehr Bilder ein, die nur dadurch entstehen, dass darüber gemurmelt gesprochen, oder, äh, 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 dass man diese Vermutung bekommen kann, ne? Ja, das ist auch allgemein so diese Szene, oder, wenn immer diese Feiern, die da sind bei den älteren Leuten, äh, ist ja immer wieder, ne, das ist, das Jahr 66 beginnt, es ist Jahr eins, Year one wird gefeiert, warum und so, und das ist mir tatsächlich auch gar nicht aufgefallen, das hatte mir auch Carly dann hinterher gesagt, hier, weißt du, warum er am Kalender eigentlich 4.5. Oktober eingekreist ist? Da ist jetzt gerade Chance um, die Periode ist vorbei, ja, nee, äh, 4.5. Oktober plus neun Monate, dann sind wir beim 6.6.66, so, ne, dieses, ach, so, kommt halt noch ein anderer Aspekt mit hinzu, ist auch so, ja, nee, das habe ich jetzt nicht so ganz im Kopf gehabt, ja, äh, deswegen gewonnen, auf jeden Fall, genau, diese Partys, ja, äh, und bei der Neujahrsparty, ne, diese alten Leute, alle so förmlich angezogen, aber diese bunten Hüte dann wieder, und der eine Herr, der ihr dann so vorgestellt wird, der uns dann auch so nett anlächelt, wenn sie in das Auto gedrückt wird, so, 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 und dann auch wieder eben dieses Schlussszenen, so völlig absurd, die stehen da alle rum, so Cocktailpartystimmung, da ist halt eine schwarze Wiege in der Ecke, es kommt halt eine Frau im Nachthemd mit einem ziemlich langen Messer da rein und die eine Frau sieht sie, wird stumm, Guy sieht sie, steht einmal kurz auf, aber fällt wieder in seinen Stuhl zurück und dann ist wieder Laura Louise, äh, schreit, was dann so die Aufmerksamkeit dann mal auf sie lenkt und dann geht sie da hin und dann auch diese Szene, dann weicht sie zurück und dieser Blick, also sie schlägt die Hand vor den Mund, reißt diese Augen so enorm weit auf und wieder, sie spielt sich über ihr Gesicht ab, wir sehen nicht, was sie sieht, das ist wieder schön, bleibt in der Fantasie von jedem Einzelnen von uns und dann gibt es ein ganz kurz diesen Moment, wo sie so dann auch das Messer fallen lässt, da sehen wir dann nochmal so Überblendungen, diese Augen werden nochmal eingeblendet von diesem Teufelswesen, nicht von dem Baby selbst, sondern von dem Teufelswesen, das Messer fällt runter und auch dann wieder dieses, jetzt steckt da ein Messer im Boden und auch, und Mini hebt es dann einfach mal auf und räumt es zur Seite und hier ist übrigens, das ist Tee, ja was ist da drin in dem Tee? Das ist Lipton-Tee, trink ihn einfach, so wie dieses völlig normale, was ist los? Es ist irgendwas, nö, wir beten halt gerade Satan an und sonst ist alles normal, also, hä? Völlig absurd. Was übrigens gerade mir auffällt, in dieser Szene, ist das ja auch echt toll, was mit Guy oder Gay oder Guy passiert, also der Figur von John Cassivetes, dem Vater dieses Kindes, dem Partner von Mia Ferro, dass der dieses, also, erst will er fast schon aufspringen, dann sackt er in seinem Stuhl zusammen und fortan, das habe ich erst gar nicht erkannt, wer ist denn dieser Typ, der da so verkrampft, im Hintergrund steht, das ist er die ganze Zeit in so einer ganz seltsamen Mischung aus Aufregung und Scham und Schuldgefühl und was denen da alles gerade so durchströmt, das ist jetzt echt nochmal toll für mich nochmal auch zu sehen, dass John Cassivetes nicht nur ein begnadeter Independent-Filmer war und Regisseur und Autor, sondern auch wirklich ein toller Schauspieler. Wir haben ja jetzt vor zwei Folgen, als ich mit der Cinecouch mit Nils und Michi The Fury gesehen habe, ist also schon einer von denen wirklich beeindruckenderen Rein-in-die-Palmer-Film, aber in Sachen Schauspielführung meine Güte, meilenweit weg entfernt. Also John Cassivetes ist da wirklich nur, er kriegt ja vom Drehbuch nicht viel mehr geliefert, er darf da halt einfach den Bösewichten spielen. Aber was der hier macht, also welche, es gibt ja immer wieder Momente, in denen der so unfassbar aggressiv und dann wieder ganz liebevoll mit seiner Frau ist, das ist schon eine ganz schöne Bandbreite, die er da liefert. Und das ist schon, das muss man sich mal überlegen. Das habe ich das Gefühl, das interessiert Roman Polanski. Was macht das mit den Menschen und was tun sich Menschen einfach nur im sozusagen miteinander reden und kommunizieren an? Also die Waffen, die John Cassivetes regelmäßig, die verbalen Waffen, die er da auspackt, sind, finde ich, viel, also für mich auch sehr eindrücklicher, als würde es da jetzt irgendein Gemetzel geben. Also das ist unfassbar ekelhaft, wenn seine Frau wacht dort auf mit diesen Kratzern so und sie realisiert, der hat mich vergewaltigt, während ich bewusstlos war. Ich habe mir meine Fängernägel schon geschnitten und naja, ich wollte die Zeit nicht verstreichen lassen. Also wir wissen ja, oder wir ahnen ja zu dem Zeitpunkt schon längst, dass der da auch auf einer Mission unterwegs ist. Trotzdem ist, also mich macht das richtig so ein bisschen fassungslos dann in dem Moment. Ja, also das Zeitbild, so dieses, zwischendurch mal die Überlegung, was arbeitet sie? Ja, sie hat eigentlich keinen Job, ne? Ne, Hausfrau. So, ja. Und die anderen? Ja, ne, das war so. Aber ist das heute eigentlich ganz anders? Oh, oh, sind wir schon weiter? Oder kümmern wir uns eigentlich immer noch um diese komischen Konflikte? Oder Thema Selbstverständlichkeit, dass man arbeiten geht als Mensch? Also was da eben auch so mitschwingt? Und ja, klar, diese Szene, wenn sie dann aufwacht und er dann so, ja, es war jetzt nicht so, es war nicht die nette, es war nicht die feine englische Art, aber ist schon, ist halt passiert so ungefähr. Geht doch weiter, was soll's, ne? Das ist auch echt. Ja, wo du das gerade so ansprichst, so das Zeitbild überhaupt, also das wirklich, das hier finde ich sehr gut funktioniert, dass über einzelne Szenen, also über einzelne Episoden in dem Film sich eine ganze Welt andeutet und miterzählt, und dass das auch stimmig ist. Also diese komplette Szene, bei der ich mich übrigens frage, ob die im Großen und Ganzen eigentlich in einer Einstellung abläuft, mit Mia Ferro und der Nachbarin, als die noch im Leben ist, wenn die unten im Keller sind beim Wäsche waschen. Jedenfalls, ich erinnere vor allem, also eine lange Kamerabewegung, sozusagen so, wie sie sich der Frau langsam annähert oder sich beide Frauen annähern, sich in dem Moment ein bisschen anfreunden und da kommen ja so verschiedene Dinge, spielen so rein. Es spielt vor allem aber auch rein, in was für einer Lebenswelt befinden die sich so, ne? Also ich bin ja auch noch so am überlegen, ja was ist denn das? Also was treibt denn da gerade Mia Ferro irgendwie an? Was macht die denn glücklich? Dann kippt die da so den Weichspüler rein und man denkt sich so, echt ja, du bist wirklich wie so ein Weichspüler für diese bekloppte Beziehung so, die ja gar nicht so richtig, also die gar nicht funktionieren kann. Da musst du ganz schön viel Weichspüler draufkippen, um das auszuhalten. Und das finde ich jedenfalls sehr bemerkenswert an diesem Film. Also für mich sozusagen sehr stimmige Szenen zu entwerfen, weil ich habe nur diese eine Szene mit der Frau. Das nächste Mal, wenn ich die sehe, liegt die kaputt gematscht auf der Straße. Also vielleicht gerade, weil ich das Gefühl habe, dass das im Großen und Ganzen in einer Einstellung passiert und es ist für mich in diesem Film also auch wimmelt davor, dass sozusagen die Kamera zurückgenommen, aber sehr präzise uns in die Momente mitnimmt und ich immer das Gefühl habe, also wirklich ein Maximum rausgeholt wird an den, also was da für Lichtstimmung entsteht. Ich werde das gerade nicht los, dass vor kurzem jemand hat gesehen von Roman Polanski, China Town und als nächstes wird gesagt, gesagt, ja, ach, mich nervt das, oder nicht nervt, das war glaube ich nicht die Worte, aber mir fällt auf, das ist immer uninteressante Kamera bei Roman Polanski so. Und dann denke ich, China Town war der Film, bei dem du das gedacht hast? Und dann sehe ich diesen Film und denke, okay, also ja, es ist nicht der Film sozusagen, wie Martin Scorsese oder Brian De Palma irgendwelche aufregenden Kameraverrenkungen machen. Aber ich finde, das ist eine Kamera, die sehr im Dienste von Stimmung und Geschichte unterwegs ist und das ist super effektiv. Also es ist kein, also was das für, also von, wie sozusagen, also wenn man sich überlegt, was für Facetten von den Traumwelten über die Architektur dieser Flure bis hin zu den Close-Ups von Mirafaro, was dort alles abgeht, wirklich ein reichhaltiges Inseln. Und dann gibt es sogar die Momente, die hätte Brian De Palma auch nicht besser hinbekommen, diese ganze Sequenz, wenn Mirafaro immer die Tabletten versteckt. So, ne? Das ist so eine typische Brian De Palma, also ich muss da an Brian De Palma denken, der da noch gar nicht so richtig losgelegt hat zu der Zeit, das sozusagen, um zu zeigen, wie lange sie jetzt schon Tabletten immer wegschiebt, sozusagen die Kamera nochmal so ganz aufwendig an die Stelle fährt, wo sie die Dinge mal versteckt. Also eine tolle Bandbreite und mindestens der eine Film, der hoffentlich den, sozusagen auch den Skeptikern oder den Leuten, die auf, weiß ich nicht, auf dem kleinen Laptop-Screen noch nicht bemerken konnten, welche Wucht diese Bilder haben. Ich finde, man hat das auch, oder, ja, die wird mir immer wieder bewusst, die Kamera, ne? Wenn wir durch den, durch das Türloch, durch das Guckloch der Tür schauen mit der Kamera zusammen, wenn wir durch das Schlüsselloch gucken. Total geil, ja. Wenn plötzlich so diese totale Handkammer, wenn hier Rosemary die Spritze bekommen soll auf ihrem Bett und dann das Telefon, Rosemary, also bing, kommt dieser Telefonschlag und dann auch die Kamera geht noch richtig ran und wieder raus. und, also, ne? Es ist wirklich, also wenn, wenn dann plötzlich die Leute so mit einem freundlichen Lächeln auf sie zugehen und ihr die Spritze in den Arm drücken, also, ich kann das ganz kurz nicht aushalten. Also, ich finde, das ist wirklich Horror pur, nur ist daran nix, äh, äh, übersinnlich. Es ist wieder so, so halb absurd, ne? Die kommen, stehen plötzlich mit ihr, sie ist auf dem Bett, die kommen ins Zimmer, der Doktor zieht die Spritze auf und neben ihm steht diese alte Frau, Rosemary, alles ist gut, wir sind deine Freunde, die kann nichts passieren. Das ist nur ein kleines Sedativum. Dann sagt Guy was und dann fängt sie mit dem. Also, dieser Schlag, wenn ihr das Telefon hört, der ist so, ja, ist völlig richtig, aber es ist eigentlich wahrscheinlich auch völlig chancenlos, dass sie hier wegkommt, aber trotzdem und es ist irgendwie auch lustig. Also, so, ja, wahrscheinlich dieses, weißt du, aussichtslos ist zu einem gewissen Grad und dann dieses, warum haltet ihr denn jetzt immer noch diese Fassade hoch, ne? Sagt er einfach, Rosemary, wir haben nicht. Punkt. Nein, wir sagen, wir sind deine Freunde, alles ist gut. Natürlich. Wahrscheinlich auch nur, damit dem Baby nicht noch irgendwie was passiert. Wie auch immer dem Sohnemann des Teufels irgendwas passieren könnte, das wissen wir natürlich auch nicht. Ja. Ja. Ne, und ich habe auch bei der Sichtung dann immer wieder drüber nachgedacht, so für mich, warum funktioniert das denn so gut für mich? Dass ich eigentlich sagen könnte, ja, es ist halt ihre Geschichte. Gut, komm, ich steige jetzt mal aus oder jetzt hole ich mal kurz das Handy raus und dünnel. Ne, ich will da weiter gucken und es fließt alles so immer weiter und jetzt nochmal eine kleine Seite wird aufgeblättert und ach, jetzt kommen hier Bücher über das Okkulte, naja und ey, wie geil diese Idee mit dem Scrabble-Ding. Komm, das ist ein Anagramm. Okay. Und die Anagramme sind alle völliger Schwachsinn und ach, das hilft mir das. Und dann also auch wieder so dieses Gefühl, dann liegt da, da hat sie die Buchstaben wieder umgedingst und wir gucken rauf und denken auch, nee, es ist irgendwie nichts und dann macht sie auch die Hand auf und hat noch einen Buchstaben mehr in der Hand und das hilft mir jetzt auch toll, ja. Und es ist locker leicht. Das sieht aus, als wäre das ohne Mühe inszeniert und das Gegenteil ist der Fall. Es ist nur ohne auf sich selbst aufmerksam machende kinematografische Formen wurde darauf zurückgegriffen. Aber dennoch, wenn, wenn, ne, auf dieses nein, nicht das ist das Anagramm, sondern das, also wie das sozusagen, das muss sitzen, wie das Buch rumgedreht wird und die Kamera drauf schwenkt und die Schärfe, bla bla bla. Also all das muss hinhauen und stimmig sein und auch trotzdem ist das ein total vom, also vom Spiel bin ich mittendrin mit ihr im Moment. Ja, das ist ein gutes Beispiel für, äh, die, ja, wie soll ich es sagen? Also, da wäre so, finde ich, ein glaubenswürdiger Einfall so im, ja, was würde ich jetzt machen? Also da hatte ich immer was gesagt von Anagramm, wie kriege ich denn jetzt dieses Anagramm, was nehme ich mit Zettel und Stiften? Ach hier, die haben ja auch, die haben ja auch in dem Film schon mal als Klebe gespielt, wir greifen auch dieses wieder auf, ne, ist das alles etwa nur ein Spiel? Fand ich auch lustig, wo er das Buch dann so hochlegt in den Schrank und die Bücher, die da so drunter sind, war glaube ich irgendwie Sexuality of the Human Male. was ist das für Bücher? Wirklich, also sprudelt aus allen Ecken, also wenn du willst, also genau solche Sachen sind mir auch aufgefallen, das sind immer wieder reichlich viele stimmige Sachen, also nur mal so ein Detail, die Freude, die man haben kann, wie diese Wohnung Stück für Stück entsteht, wie von Szene zu Szene miterzählt wird, wie es sich Mia Ferro einrichtet und welche Rolle sie dabei auch inne hat, also wie das im Grunde genommen sie sich also selbst verwirklicht und ihr Nest eigentlich prägt so und die ganze Zeit in diesem Kontrast zu dem Wahnsinn, der da durch die durchlässigen Wände schon zu erahnen ist. Ja, auch das, diese Wand, die trennt, aber eigentlich auch nicht so richtig trennt. Ich würde mal kurz, ja schon auch, passt zu dieser Wohnungssache, Miss Gardinia, also die Vormieterin, wir haben auch da dieses, das Element des Gartens oder des Kräutergartens wird das schon etabliert und wie, hast du denn eigentlich gedacht, ist sie mal ein Teil gewesen dieser ganzen Gruppe und hat dann aber irgendwie, weil sie mit sich selbst nicht mehr klarkommt, wollte sie raus und natürlich haben die anderen sie nicht rausgelassen, sondern nur diesen einen Weg als Ausweg gibt es natürlich, sie muss sterben oder ist sie denn mal auf die Schliche gekommen, wie, wie hast du dir die oder legst du dir die zurecht? Also erstmal beeindruckt mich jetzt gerade, jetzt wo du das sagst, fällt es mir sofort natürlich ins Gesicht zu, dass wir da diesen verdorrten Kräutergarten sehen und da diesen ganz lebendigen bei Mini, das habe ich aber in dem Moment nicht mehr zusammengebracht. Das macht mir auch gerade klar, dass natürlich die alte Frau nicht aus den gleichen Gründen verstorben sein wird, wie die junge Frau, die sich aus dem Fenster gestürzt hat, mutmaßt. Jetzt verstehe ich daran, wie viel mehr noch da ist, ohne dass das vertieft wird, ohne dass wir auch nur ein einziges, ich muss das kurz, also ich helfe mir dann, dass ich gleich wieder zurückkomme zu dieser Deutungsfrage. Verstehst du, du kennst doch die Horrorfilm-Konvention und wenn dort also eine Mini, eine Nachbarin, die dort immer irgendwelche Drinks zusammenmix so, wie schwer ist das heutzutage, nein, nicht heutzutage, das war schon immer schwer, das war schon in den 20er Jahren war das schwer, zu widerstehen, dass jetzt die böse Hexe in Nahaufnahme die Kräuter abschnippelt, klein raspelt und mit einem Lachen zusammenrührt. Es gibt all das nicht, super freundlich, kommt hier um die Ecke und hält den Energy-Drink hin, aber das ist alles da, also ja natürlich stimmt, das sind ja die Kräuter und in ihrer schönen, naiven Art, sagt mir Herr Ferro, ja ich bin glaube ich auch eher so der Landtyp und ich hätte auch gern sowas und ach sehr faszinierend. Ja und das passiert eben, weil du sagst, das würde jetzt gerade erst, das passiert eben im wahrsten Sinne, woraus im Vorbeigehen, sie gehen einmal durch diese Wohnung und es wird alles schon etabliert, zack, zack, zack. Ja und von bis mit nicht auf eine Art und Weise aufgegriffen, die sozusagen, die so tut, als müsste ich das jetzt verstehen, das Geile ist, dass das alles da ist und wenn ich also anfange mal kurz innezuhalten in dem Film oder nach dem Film und mich umgucke, finde ich Dinge, die nicht nur Kulisse, Staffage oder halt Textur schnell an die Wand geklatscht, nein, nein, das gehört alles dazu und mein Unterbewusstsein hat damit möglicherweise mehr gemacht, als ich bewusst jetzt irgendwie auseinanderdröseln kann. Vielleicht ist das ja auch die große Stärke vielleicht zu anderen Horrorfilmen, die eben sagen, das ist das und darauf musst du achten und das ist es und das und hier wird es einfach, das fließt so alles und das ist vielleicht ja auch viel natürlicher oder authentischer, um den Begriff Realismus wieder zu umschiffen, es gibt halt so viele Dinge im Leben und es sind eben so Kleinigkeiten und Details, die das eben ausmachen und nicht immer hier hat jemand Satan 666 an die Wand geschrieben, wir gehen davon aus, dass ein Fußballfan Schuld hat. Hä, warum? Es ist jedoch Satan da, es muss Satan sein und hier ist es eben, ach na ja, hat jemand einen Kräuter geraten, warum soll eine alte Frau keinen Kräuter geraten in diesem riesigen Apartment haben? Also irgendeine Freizeitbeschäftigung muss sie ja auch gehabt haben und ach so, da können sie das ja vielleicht hinpassen und also genau, bei dieser alten Frau bleibt es für mich relativ offen oder also geht auch wieder beide Wege, vielleicht war sie ein Anhänger dieses Kultes und hat dann irgendwie nicht mehr sich da so wohlgefühlt oder sie hat das dann irgendwann mal rausbekommen durch Zufall. Deswegen auch diese Abtrennung zu dieser anderen Wohnung. Naja, aber das wäre eben eine andere Frage. Sie hat das nicht gewusst und dann irgendwann hat sie das mal so mitbekommen, dass sie gedacht hat, oh Gott, vielleicht war sie die gute Hexe, war gleich zu den bösen Hexen. Viel eindeutiger ist es für mich oder viel klarer mache ich es mir dann leichter bei natürlich der aufgenommenen jungen Dame, weil mir klar ist, ja okay, die kriegt anscheinend gerade kein Kind, also nehmen wir die Mia, die ist das viel bessere Opfer, weil die hat einen Mann, also haben die auch Sex und wollen irgendwann mal Nachwuchs haben und das haben wir auch schon erfragt nach drei Minuten, die wir die kennen. Also können wir das andere Ding hier erstmal auf den Müll schmeißen, schrägstich aus dem Fenster werfen und damit ist ihr Schicksal quasi besiegelt. Ja. All das ist möglich und es ist überhaupt nicht, also es ist alles gut, das so zu fragen, weil es alles da ist. Meine Güte, also ich bin sehr, sehr begeistert, also ich habe mit großer Genugtuung diesen Film wieder gesehen, wieder, das darf man, ich überlege gerade, das darf man ja wirklich, manchmal komme ich mir komisch vor, wenn ich merke, den nächsten Satz, den ich sage, den habe ich schon so oft in 145 Folgen gesagt, das macht einen verdammten Unterschied, es auf der Leinwand zu gucken, insbesondere von dieser ehrfürchtigen Position, für die ich hier gerne mal werben möchte, das ist glaube ich nicht die, die ich suchen würde, wenn ich einen Film zum ersten Mal sehe, dieses Wiedersehen und auch diese Neugier auf die Details und dann einen Film zu sehen, der das alles bedient, der also reichlich beschenkt für jeden Moment, bei dem man, also ich möchte, ich möchte steile These, bitte noch ganz zum Schluss, also haltet den Film an einer beliebigen Stelle an und schaut euch um im Set, in der, in der, in der Beleuchtung, fragt euch nochmal, welche Szene war davor und welche kommt als nächstes, der ist mich wirklich ganz schön episodisch erzählt, da geht ganz schön Zeit durch so, eine ganze Schwangerschaft und, ja, allein schon, auch beim Anfang, bei der Exposition, sie sitzt beim Essen und es wird schon abgeblendet und man hört irgendwie noch so ein bisschen, zwei, drei Geräusche vom Essen und das Schwarzbild tatsächlich für so eine Kunde, kurz überlegt, ist jetzt gerade der Film ausgeblendet, ach nee, und dann wird wieder aufgeblendet und wir sind halt woanders und so weiter und es läuft trotzdem schön weiter und gerade die Details, ich muss auch gerade wieder denken, so diese Szenen zwischen, es ist so spannend und wahrscheinlich ist es deshalb auch gerade so lustig, wenn sie vor der Meute flieht in ihre Wohnung, die Tür zumacht und wenn sie gerade das Telefon wählen und dann laufen diese zwei Leute da hin, die, 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 und dann, wenn sie dann das Baby, wenn sie dann erbunden hat und dann sich das Messer nimmt und dann kommt Guy nochmal kurz zur Tür rein und sie will in Erke flüchten, und flüchtet ins Kinderzimmer und die Wiege fängt an zu wackeln, dadurch, dass diese Bewegung war und wie hält sie das an mit diesem lang gestreckten Messer, das ist so, ja, ist ja völlig normal, sie muss diese Wiege anhalten, aber dieses Bild, das Messer, also die Mutter, die das Messer auf die Wiege richtet, wie, wie, The hand that walks the cradle oder, ja, wie, also ich finde das einfach ungeheuer, äh, komisch. Ja, und es bleibt mit tausendmalen Erinnerungen als, als, als jeden Körper, den die damit penetriert hätte, eine, und trotzdem, gerade wegen diesen, also ich kannte wirklich Bilder, Mia Farrow mit diesem Küchenmesser und das triggert irgendwie so diesen ganzen Halloween-Supp-Genre-Kram so und der findet hier einfach gar nicht statt. Ich, also eigentlich müsste man diese Umfrage glatt machen manchmal, ne, also was ist jetzt so, wenn die Leute das so sagen könnten, mal in drei Sätzen ihre Erwartungshaltung vor dem Film und dann danach gefragt, so. Also ich hab, ähm, mich auch noch kurz hier mit Friedrich nochmal unterhalten, äh, der, äh, so meinte, ja, er hatte glaube ich auch ein bisschen was anderes erwartet und er meinte so, na, für ihn, also er war froh, trotz allem mal wieder, dass er den gesehen hat, aber wenn ihn jetzt einer fragen würde, würde er sagen, ja, nö, wenn du den nicht gesehen hast, ist nicht so schlimm und er meinte, also er wird auch wahrscheinlich diese Folge irgendwann mal hören und in der Hoffnung, dass wir dann auch nochmal rausarbeiten können, warum wir das denn jetzt so finden, dass das doch eigentlich sowas ist, weil er meinte, naja, irgendwann hat sie es doch mal ein Stück gezogen und, äh, da hab ich auch so überlegt, ja, nee, bei mir hat das einfach nicht eingesetzt, dieser Moment, äh, ich hatte auch diese Befürchtung gehabt, aber irgendwie war ich dann, ich war einfach so dran und drin und hab halt einfach selber mir mal gedacht gemacht, ja, warum ist denn das jetzt so rum oder darum, ich hab einmal so gedacht, gegen Ende, wenn uns, äh, wenn sie dann entbunden hatten, hab ich auch gedacht, oh ja, das geht jetzt doch länger, als ich noch erwartet hatte, aber auch das fühlt sich nicht zu lang an irgendwie, es ist, dieses Ökonomische, das ist da irgendwie so drin, das ist ja, vielleicht bin ich da auch einfach zu, zu, äh, positiv eingestellt, wenn ich so an Polanski-Filme denke, weil ich dann auch Planze der Vampire immer so ganz toll, wenn ich im Kopf habe und Chinatown finde ich halt auch einfach stark, ich mag auch Frantic, den hab ich einmal gesehen, bisher zwar nur, aber, das funktioniert einfach irgendwie für mich so, diese, diese Stimmung zu erzeugen von einer, wir sind in dieser völlig normalen Welt und du hattest das Stephen King eingangs mal erwähnt, wo einfach so, bei Stephen King ist es so für mich so, ja, da kommt dann dieses fantastische Element, das wird einfach so dermaßen offensichtlich hingestellt und alle, für alle scheint das so akzeptiert zu sein, ja, das ist da und fertig, also auch so eine Kafka-Situation, das ist völlig absurd, das kann gar nicht da sein, aber wir akzeptieren das alle und hier ist das aber, finde ich, hier wird es nicht so voll ins, also das wird dir nicht so auf die Nase gebunden, es ist zwar auch irgendwie da, aber es ist nicht so genau ins Gesicht sofort geknallt und alle gehen normal damit um, sondern es ist immer noch so dieses, ist das jetzt oder nicht, aber es passt auch irgendwie alles, wenn man sich das so hindreht und, ha, die geben doch eigentlich nur vor und irgendwie, ja, das findet sehr viel Anklang einfach bei mir. Ja, ich habe heute sehr genossen, kein einziger Schauwert war offensichtlich der erste Gedanke und dann wurde der Rest drum rum gestrickt, sondern es ist wirklich die Geschichte von Rosemary und ihrem Baby und heute war für mich dazu gar keine Frage im Raum, ich wollte die Geschichte von Rosemary sehen und dann kriege ich Mia Ferro mit einem unglaublichen Wandel, also man braucht sich wirklich nur alle 15 Minuten, alle 15 Minuten ein Close-Up nehmen von ihr und würdest du die nebeneinander stellen, wäre das schon eine Kunstausstellung, ja, also was dort einfach passiert, welche, was die durchläuft und also ich fieberte mit, ich war zwischendurch richtig aufgeregt, als Mia Ferro die Idee hatte, jetzt alle meine alten Freunde einladen, oh ja, das ist ja spannend, das ist ja mal gucken, wie das, was für eine Dynamik das haben wird und wie dann diese Frauen sie da einmal so in der Küche so zu sich nehmen und ihren Mann rausschmeißen, das ist, und auch das ist wieder so geil, weil auch das vorher so etabliert worden ist, Dr. Saperstein sagt zu ihr, lesen Sie keine Bücher, unterhalten Sie sich mit anderen Frauen, jede Schwangerschaft ist anders und du sagst einerseits, das ist aber schon ganz schön doll, was der Mia Gerhard erzählt, aber andererseits stimmt es ja auch irgendwie, jede Schwangerschaft ist ja wahrscheinlich auch anders. Und das ist ja auch immer klar, also das kommt ja, also das müssten wir einfach, also wenn wir uns da nicht schon ein Stück weit eh hineindenken können, dürfen wir das gerne mal mit den weiblichen Zuschauern mal besprechen, wie diese Ebenen ja auch alle ablaufen. Ich glaube, fast jeder Gedanke oder jede Sorge, die so rund ums Thema Schwangerschaft im Raum ist, taucht ja auch auf in diesem Film, also eigentlich überhaupt die ganze, wir bauen uns ein Nest und wir werden jetzt eine Familie, also dieses, jetzt sind wir mal offen und ehrlich, jetzt wo ich schwanger bin, ach du Scheiße, da fällt ja früh ein, oder jetzt richten wir uns das hier so ein und tapezieren schon mal das Kinderzimmer und hier sind schon die Kinderklamotten, wie man sich so auch so eine heile Welt konstruiert. Ja und wie geil dann auch, guck dir, wenn du das Ding so, diese gelben Lätzchen in die Hand nimmt. All das steckt auch drin und das macht ihn für mich wirklich auch sehr kurzweilig, weil es immer wieder diese Einschübe gibt, in denen ich, ja, also, ja, ich sozusagen sehr vergnügt und schon wohlwissend, also der Abgrund wird immer tiefer, in den wir dabei gleiten, so. Toll. Ganz schön gut, also, dass mir sozusagen ein Film aus dem Jahre 1968, 69, jetzt herausgeguckt, 68, ne, dass der sozusagen, dass der auch heute noch sozusagen die gleiche Wucht entfalten kann, tut er ja auch deswegen, weil er auf Schauwerte verzichtet, die wir heute möglicherweise auch dann gar nicht mehr so ernst nehmen würden, ne, weil die, also, aber es hat sich ja nichts dran geändert, an denen, wenn sich Mann und Frau oder Generationen gegenüberstehen und was miteinander zu klären haben, das, das bleibt ja aktuell. Ja, die zeitlosen Themen. Sehr, ziemlich schlau, ziemlich schlau, so auch an Filme ranzugehen. Generationen, kümmern. Ja, weil du hast eben diese eine konkrete Geschichte, die aber eben exemplarisch ja vieles anreißt, aufgreift und für vieles eben steht. Ja, und ich würde sagen, jede Geschichte dieser Welt, egal welche, hat das, hat dieses, hat diese Universalität, gibt es das? Ja. Ja, das klingt so komisch aus meinem Mund gerade. Jedenfalls sind sich aber oft die Geschichtenerzähler dessen nicht bewusst oder wollen das nicht wahrhaben, dass es das Universelle auch in der kleinsten und blödesten und absurdesten Geschichte gibt. Dieser Film ist sich dem sehr bewusst, macht es wirklich zu einer großen Allegorie und ob die Leute dabei zwischendurch an die Massenhysterie des Nationalsozialismus denken oder nicht. Wir, also es spricht sozusagen den, ja, also vielleicht haben wir ja alle so einen Satan in uns, den wir sozusagen nähren und irgendwann zur Welt bringen und uns dann noch überlegen, kriegt er meine Milch oder nicht? Also es ist schon, Was machen sie eigentlich mit der Milch? Ja, die Milch schmeiße ich einfach weg. Achso. Nee, tun wir den Löffel da nicht rein. Hä, wieso sollen wir den Löffel denn jetzt da nicht reintun? Was ist denn da wieder los? Immer diese Kleinigkeiten. Unfassbar. Welche Weltsicht, welche persönliche Haltung lässt du da noch blicken, wenn du mal sagst, wie du die Geschichte, sag ich mal, noch so ein Kapitel weiterspinnen würdest? Wie geht es weiter mit Mia Farrow an der, an der Wiege des Satans? Keine Ahnung, weil ich mir, also die große Frage für mich ist einfach dieses, okay, die glauben jetzt alle daran, dass eben hier ihr Unheilsbringer, Heilsbringer ja da kommt. Ja, der schafft das jetzt nicht von alleine und der braucht jetzt trotzdem noch einen normalen Menschen, damit er ihn großzieht. Also ist er vielleicht doch gar nicht grundsätzlich so übermächtig, sondern braucht, also ist das schon irgendwie mit uns Menschen verknüpft, ja, in der Hinsicht. Und das ist eben nicht so, der Superheld oder der Superböse wichtig, nachdem der halt jetzt gerade erschaffen worden ist, aufsteht und einfach mal die ganze Welt in Schutt und Asche legt. Und da ist eben nur diese Verknüpfung zu dem, die an ihn glauben, die für ihn da sein müssen anscheinend. Sonst würde ja die Milch nicht benötigt werden oder so, sonst könnte ja auch der Papa mal irgendwas machen. Und wo ist der Papa überhaupt? Warum kann der das nicht machen, wenn der es schafft? Kannst du nicht gebrauchen. Der steht in der Ecke und schämt sich. Ich meine jetzt auch den Teufelpapa. Also auch dieser, der ja... Ja, achso, ja, natürlich. Genau, Vaterrechtsstreit ist da auf jeden Fall vorprogrammiert. Also da wäre auf jeden Fall auch eine sehr irre Komödie noch drin. Also auch diese Sache, fällt mir jetzt auch gerade wieder in, was mit dem Papst so erzählt wird. Der Papst, der hat immer wieder auftaucht und dann, great commercial, great commercial spot von der Yamaha. Ja, ja, ja. Und dann, diese Traumseffizier, küsst den Papst und es ist da auch wieder diese Kugel. Ach du Scheiße, irgendwas ist hier nicht richtig. Also mal davon abgesehen, dass es sowieso ein Traum ist. Ja, aber natürlich, weil diese Dimension aber auch mitläuft. also das, was dort Kritisches über die Kirche gesagt hat, da kann man ja mitgehen. Und wie schön, dass Roman Polanski auch den Teil weglässt und wir nur ahnen können, wie die Geschichten wohl so klingen, die sich John Cassavetes dort immer noch abends erzählen lässt. Aber gar keine Frage, da wird nochmal heftig agitiert, sodass der, wenn der das nächste Mal den Papst im Fernsehen sieht, genau, schon ganz andere Emotionen mitbringt. Ja, ich finde übrigens, das, also ich habe da sozusagen auch nochmal einen sehr optimistischen Blick auf den Schluss. Ich erlebe ja die Figur von Mia Ferro, so, ich erlebe so, so drei Haltungszustände bei ihr. Also erstmal so grundsätzlich sehe ich sie als eine Person umgeben von einem nicht sehr heilsamen Umfeld, in dem sie zu Beginn, also als erste Haltung, versucht auszuhalten. Also wirklich bis zur Selbstaufgabe, bis zur Selbstzerstörung eigentlich. Und dann wird aus dieser Ich halte durch, die dann fast sozusagen ihr Leben schon fordert, entwickelt sich dann ein Dagegen, also sozusagen ich lege mich an mit diesem System so. Und dann als dritte Stufe, das sozusagen beginnend mit dem Verweigern der Tabletten, aber so tun als ob, nicht mehr dagegen, sondern mit, aber nicht mit Abschalten des Gehirns, sondern ich, ich sozusagen, ich, also organisiere mir auch, dass mein Verstand komplett da ist, dass ich nicht mehr betäubt bin, aber ich bin jetzt nicht mehr aggressiv dagegen unterwegs, sondern ich gehe jetzt mit, aber mit sperrangelweit offenen Augen, im wahrsten Wort, das kann sie besonders gut und, und das bedeutet für mich, natürlich, sie will ihr Kind sehen, sie will sehen, was ist hier das wahre Ausmaß, um dann im nächsten Schritt, den der Film uns, glücklicherweise ja auch, jetzt vorenthält, was immer der nächste Schritt ist, aber für mich ist das noch kein, ich passe mich jetzt an und bin Teil von eurem Kult, sondern ihr ahnt noch nicht, wo ich gerade bin so, ihr werdet es noch sehr bereuen, dass ihr so, so naiv wart zu glauben, dass ich als Mutter, einfach so mitmache, genau, also, auch das gerade wieder, die Schlussszene, weil ich auch vorhin, dass mit dem, die offensichtlichen Castingbesetzungen, offensichtlicher Typ spielt eben, diese Rolle und sowas, wie offensichtlich auch diese schwarze Wiege mit dem umgedrehten Kreuz, das ist eigentlich auch so dermaßen überzogen, das kann einfach nur ganz normale Wiege sein, oder, ach genau, der Klischee Japaner für mich, so dieses, das ist ein Japaner, also hat er eine Kamera dabei, aber es funktioniert irgendwie. Da ist das Typecasting natürlich, das stimmt, was du, was Rohan Polanski in dem Interview, Schnipsel behauptet, von dem du erzählt hast, was für ein toller Einfall, also dort, diesen Japaner, und, äh, wer ist da noch? Der Grieche, dieser großen, der Japaner unter Grieche, das taucht einfach nur auf, kriegt auch keinerlei zusätzliche Erklärung, außer, dass wir natürlich damit schon längst auch ein Gefühl haben von, nicht, dass einer dachte, das ist hier nur so ein kleiner Club, der nicht nach außen dringt, sondern, nö, das ist sozusagen die Keimzelle, mit weltweiter, fühlt sich ja dann wieder, dass Rohan immer alle Orte der Welt schon mal bereist hat, schon mal gewesen ist, und das ist ja auch so geil, wenn sie dann nämlich da reinkommt, und dann sagt er irgendwas, und sie sagt, you are in Dubrovnik, I can't hear you, wo du dann auch wieder ganz kurz überlegst, aber es ist ja eigentlich, doch, nee, es ist ja real, und das weiß sie doch auch, es ist doch jetzt nicht ein Traum, also, auch wenn sie das jetzt so behauptet, dann versucht sie das ja nur von sich wegzuschieben, aber, oder doch nicht, also ganz leicht wieder dieses, Moment mal, das ist irgendwie ein Widerspruch, und, das ist toll, das ist ein ganz schön gutes Drehbuch, ich habe nicht aufgepasst, wer hat es geschrieben? Herr Pollacki selbst, also, das heißt, selbst, er hat dann wahrscheinlich, also, das ist ja Romanvorlage, und William Castle wollte selbst auch Regie führen, und es war wohl so, er wollte wohl eigentlich einen Skifilm drehen, sagen sie, in dem Make-up, was ich mir immer noch sehr lustig vorstelle, nachdem er eben Tanz der Papiere gemacht hat, und dann war wohl so, sie hatten ihm das Drehbuch für diesen Skifilm gegeben, aber gleichzeitig auch hier sind noch so ein paar Korrekturabzüge, liest ihr die doch mal durch, und eines davon war eben Rosemary's Baby, und das hatte er dann gelesen, und dann irgendwie weiter rumgebastelt. Ja. Also, ich habe immer, ich mache mir keine Illusionen dazu, dass selbst das geilste Buch noch nicht automatisch ein gutes Drehbuch ergibt, deswegen sehe ich da eine große Leistung drin, dass Polanski das selber adaptiert hat, denn es ist jetzt ganz klar ein Film, also, verstehst du, ich habe keine Ahnung, wie das Buch erzählt ist, aber es wäre ja nicht sehr überraschend, wenn in dem Buch da ein oder andere innere Monolog unserer Hauptfigur zu hören ist, würde er ja sehr nahe liegen. Das gibt es nicht, und es gibt hier auch keine... Ja, also, diese Momente, wo sie mit sich selbst redet, wenn sie bei dem Scrabble das Anagramm legt, sagt sie auch so, also, ab und zu spricht sie schon mal, und niemand ist da, und es kann nur sie selbst sie hören, und so, andererseits ist sie vielleicht auch gerade in so einem Zustand, wo man ihr das abnimmt, dass sie so auch mal laut spricht, und ich denke mir auch sowieso, auch ich spreche mit mir selbst oft genug. Aber sie thematisiert, ja, das stimmt, gut, das habe ich gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt, dass sie dort auch zu hören ist im Off, oder gar nicht im Off, ich glaube, sie redet dann wirklich, das ist so genau, ein Dialog mit sich selbst. Es ist aber, also ich kann mich nicht erinnern, wenn die sozusagen ihr Gefühlsleben, ihr Innenleben sozusagen thematisiert, sondern, also, es ist eben eine, also das ist auf jeden Fall eine sehr lange und ungeschnittene Sequenz, sie ist in dieser Telefonzelle von außen, ständig guckt da jemand rein, und will sich stören und sie wartet da auf den Rückruf und also da ist ganz viel da sozusagen von dem emotionalen Zustand, der ist aber dann, wir sind dann dabei, wenn es sich für einen Film lohnt, nämlich dann, wenn es nach außen gerät und wenn es um Innenleben geht, ja, dann gibt es halt ganz schön gewagte, ja, durchaus experimentelle Bilder, die nicht über einen 1 zu 1 Sinnzusammenhang herbeizuführen sind, also was soll jetzt dieses Schiff und der schwarze Steuermann, aber es ist wie so, ich weiß gar nicht zum Beispiel, ob der Steuermann auf dem Schiff der gleiche Darsteller ist von dem Fahrstuhl, vermutlich so, aber es ist eben sozusagen, wenn in dem Gefühls- und Wahrnehmungschaos die Dinge unterschwellen sind. Man hat das Gefühl, ist das jetzt Hatsch, der Keine da auf dem Schiff oder doch nicht? Ein bisschen wie bei so einem Dali-Gemälde, wo so die Dinge ineinander sich schieben, fließen und Zusammenhänge entstehen, die sonst gar nicht so da sind. Ja, ich überlege gerade, was so Szenen sind, wo quasi ihr Gefühlsfeld dann auch einfach dargestellt wird, wenn die zum Beispiel den Koffer packt, ne, und die sagen, Schatz, was machst du da? Das ist mein Krankenhauskoffer, du hast noch drei Wochen und dann wissen wir, ach ja, sie ist einfach schon total, sie freut sich da trotz allem irgendwie drauf, auch obwohl das jetzt irgendwie schon alles sehr merkwürdig war und sie schlecht diese Schmerzen hat und alles und das ist auch so ein Punkt, diese Kameraeinstellung, die da gewillt wird, also jetzt gerade mit dem Krankenhauskoffer, dann blicken wir so in dieses Schlafzimmer, also aus dem anderen Zimmer in das Schlafzimmer und wir haben das mehrmals, dass das erst so ein bisschen verdeckt ist, was in dem Zimmer geschieht, also da geht Roman, äh nicht Roman, Guy geht da einmal rein und als er den Anruf kriegt hier, dass er die Rolle kriegt, weil der andere blind geworden ist und da haben wir glaube ich noch zwei oder drei Mal, wie gesagt, wenn sie die Sachen da packen, dann kommt sie so raus, das ist auch wieder eine sehr ähnliche Einstellung, auch wenn wir sie da sehen wo ich dann immer denke, ja krass und also einerseits irgendwie so eine Art Spannung aufgebaut, passiert da jetzt was, ich will das sehen, aber gleichzeitig dann löst sich das irgendwie auch manchmal auch ein bisschen heiter auf oder sonst wie und auch so eine mögliche, also eine Variante, wie da mit der Spannung eben gespielt wird. Ist der Film eigentlich konsequent mit der subjektiven Wahrnehmung von Rosemary, also das wäre wirklich, gibt es Szenen, die jenseits ihres Daseins stattfinden, ich will Licht ist gerade, könnte glatt sein, dass wir, es gibt auf jeden Fall ganz viele sehr, sehr eindeutig subjektive Bilder, wie zum Beispiel, bevor wir noch sehen, dass Guy jetzt auch mit Rummen dort auf dem Sofa sitzt und plaudert, so sehen wir einmal nur ihren Blick aus der Küche über den Flur, sozusagen das Wohnzimmer, wir sehen keinen Menschen, aber wir sehen die Rauchschwaden von, da wird der erstmal ordentlich gepafft. Also ich würde sagen, sie sehen, was mir am ehesten einfällt, ist, wenn Guy vor dem Fernseher sitzt, aber da ist sie eben auch in der Wohnung anwesend und greift damit rein. mindestens im anderen Raum, das stimmt, es ist jetzt nicht ganz extrem festgenagelt, wir sehen nur das, was sie auch sehen kann, wir sehen auf jeden Fall öfter mal nur den Ausschnitt, den sie wahrnehmen kann, was ja auch genau ihr Dilemma ist so. Fehlt mir gerade was, um es ganz zu erfassen, oder kann ich mir aus den Puzzlestücken, die ich sehe, schon was zusammenreimen? Und hat natürlich den entscheidenden Punkt, dass wir eben auch nicht mehr wissen, hundertprozentig als sie, sondern eben auf ihrer Ebene sind. Ja, ich überlege gerade, die Nachbarn, wenn die kommen, wenn die Frau tot ist, da sind die beiden auch noch draußen und sprechen ja auch noch mit denen. Also ich komme jetzt auf jeden Fall, mir fällt jetzt auf jeden Fall nichts Konkretes ein. Irgendeine der Partys von den Älteren, aber da sagt immer nur, Guy geht hin, aber sie ist dann, wir sind dann bei ihr weiter. Ja, aber es stimmt schon, es ist nicht, es ist nicht jetzt extrem streng, so, aber. Wir sind mit ihr, also wir sind mindestens in der gleichen Wohnung wie sie mit der Kamera. Wir wissen auf jeden Fall nie mehr als sie, manchmal sogar deutlich weniger, weil wir, uns bleibt der Blick in die Wiege erspart. Ist echt lustig, wie ich da drin so ein kleines, so ein bisschen eigentlich, wie das, ich würde sagen, in dieser schwarzen Wiege mit dem ungekreteten Kreuz, da liegt eigentlich etwas drin, was im deutschen Kino noch gar nicht so lange her ist und es auf die Leinwand geschafft hat, da liegt so ein Nachtmahn drin. So ein blasses Wesen, die Augen ganz dunkel und Was habe ich da gerade auf die Welt losgelassen? Ja, das. Ja, schön. Ja, gute Wahl, Max. Danke. Ja, also es gibt sowas, also als wir jetzt zum Beispiel das letzte Mal Pieping Tom gesehen haben, dachte ich, jetzt sieh mal zu, dass du dich traust, diese Filme auch sozusagen auf die Leinwand zu schmeißen, die nicht jeder sofort parat hat. Also jeder hat eine Idee zu Rosmaris Baby, auch wenn er die noch nicht gesehen hat. Und solange das so bleibt, Max, dass hier die Leute herkommen und die Leute dann zum ersten Mal diese Filme sehen, alles gut, weil unsere privilegierte Situation, dass wir es schon so manchen Klassiker schon längst kennen, das ist ja, das wird ja seltener. Also insofern, und trotzdem, manchmal denke ich noch so, okay, und jetzt brauchen wir diese aufregenden Filme, wo es auch unsicher ist, wo es auch mal sein kann, oh, das kann man das jetzt sich überhaupt trauen, ist das, sprengt das nicht zu sehr den Horizont? Also sieh zu, dass hier endlich Sados läuft, die Leute verstört auf die abgefahrenen roten Unterhosen von Sean Connery gucken und so weiter und so fort. Aber das wünsche ich mir nur für mich. Kannst du schon einen Ausblick geben, den man hier schon aussprechen kann? Wann kommt denn unsere Folge hier raus? Ja, das werden ja die Leute dann gemerkt haben, wenn sie rauskommen. Ich vermute, dass es noch einen Moment dauert, von denen, also mal für euch so zum Wissen, aufgenommen haben wir diese Folge jetzt am 16. März. Also wir sind schon in der Nacht zum 17. Es ist schon nach der Nacht. Ja, es ist noch 17. Und würde mich nicht wundern, wenn das vielleicht erst im April kommt, aber sag nochmal, also im April, im April ist am 28. April ist es hier wieder Fisch. Ja, richtig, genau. Fisch im Stadthafen und am Samstag, den 28. ist abends der Schrecken vom Amazonas, Creature from the Black Lagoon von 1954, Jack Arnold, der auch so zu diesen Universal Monster, Universal Horror Classics zählt. Und du kennst ihn schon? Ich habe den schon mittlerweile zweimal gesehen jetzt. Ja, das wäre so ein Film, den muss ich entdecken, von dem, da stelle ich mir vor, ob ich an dem eine Freude haben kann, kann ich mir noch gar nicht vorstellen so. Aber neugierig bin ich allemal, ja. Ich kenne auch von Jack Arnold nichts so. Also ist ja immer der eine aus den 50ern, der einem dann immer um die Ohren gehauen wird mit den B-Movies, und ich mache gerade Anführungszeichen, weil ich gar nicht weiß, was für einen Stellenwert die Filme damals so hatten. Also ich kenne halt noch Tarantula, aber dann wüsste ich jetzt auch nicht, könnte ich jetzt nicht mit Bestimmtheit sagen, was er noch gemacht hat und was ich vielleicht sogar aus Versehen schon mal gesehen habe. Okay, das ist im April und alles andere wird sich noch ergeben, was da noch so kommt. Alles klar. Also, seid euch sicher, es wird dann eine nächste Folge geben und es wird weitere Klassiker geben und bestimmt auch welche, die wir hier im Lichtspielter gucken. Ich mutmaße sehr, dass wir uns den Amazonas reinziehen und das heißt, wenn ihr das jetzt hört, habt ihr auch vielleicht sogar noch ein bisschen Zeit, euch mal zu belegen, ob ihr sogar den Weg hierher nach Rostock schafft und euch das im Lichtspieltheater anschaut. Und er bietet sich ja an, dann nicht nur für diesen einen Film, sondern es gibt ja hier sehr, sehr viele Filme, Kurzfilme, auch zu dem Programm des Fisch. Ja, das ist genau. Das ist sehr gut, dass du darauf hinweist, also ein ganzes Filmfestival. Es wird zum Beispiel auch dort ein Programm geben, in dem sozusagen Filmemacher und Filmschaffende sich über Filmthemen austauschen in einem Talkshow-Format, das von Christian Steiner moderiert wird. Ist das fest? Traue ich mich jetzt fest zu sagen. Er hat schon mal gefragt, ob er bei mir pendeln kann. Okay. Christian Steiner aus Berlin, selber Filmpodcaster bei der Second Unit und der macht hier auch wieder Programm. Wäre ja vielleicht gar nicht schlecht, also lasst uns das dann auch wissen, wenn ihr euch auf den Weg macht und wer da sozusagen auch das Gefühl hat, wenn ich mir hier schon so einen Film anschaue, möchte ich auch mitreden. Wir haben hier immer noch ein extra Headset am Start und erweitern die Runde gerne. Also vielleicht sehen wir uns hier also zum Fisch-Festival auch beim Lichtspieltheater Wundervoll hier vor Ort und auf jeden Fall mindestens einmal im Monat an einem Sonntag trudelt auch eine neue Folge wieder hier bei euch rein. In diesem Sinne jetzt, wenn ihr jetzt mehr Lust habt, sofort, sofort ins Archiv. 144 andere Folgen warten auf euch. Plus Sonderausgaben. Plus, 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 ganz genau. Wir sehen auch schon nicht mehr durch und staunen manchmal, was wir schon alles besprochen haben. Ja, wie immer. Guckt Filme, habt Spaß dabei und auch Spaß beim Hören über Filme, Gespräche. Und auf Wiederhören. Ciao.